Ja, Chat, wir machen den Rando weiter. Wir machen den Rando-Rando weiter. Es ging gestern ziemlich bergab mit dem Rando. Auch wenn ich einiges geschafft habe, einige Bosse geklatscht habe und einige wichtige Items bekommen habe, wie zum Beispiel das Item, mit dem ich viel mehr Heilung haben kann. Wir haben eigentlich das Item, damit ich mich rumteleportieren kann. Das Problem ist aber, was ich gestern zum Schluss so bekommen habe, aber was diesen Run jetzt sehr anstrengend machen wird und sehr schwierig machen wird, ist, ich habe den Ring bekommen, mit dem ich doppelten Schaden bekomme. Und da ich ja mit Auto-Equip spiele und deshalb gezwungen bin, das zu benutzen, was ich finde, und man zwei Ringe trägt, wird der Ring, den ich jetzt zuletzt eingesammelt habe, durch den ich jetzt doppelt Schaden bekomme, müsste ich jetzt in der Regel zwei weitere Ringe finden, damit das weg ist. Und das kann halt dauern. Das kann etwas dauern. Also ich kann super viel Glück haben und ich finde die Ringe halt direkt jetzt innerhalb der nächsten zehn Minuten oder so. Es kann aber auch richtig scheiße laufen und Byaku geht mir auf den Sack und miaut die ganze Zeit. Und der ganze Stream wird daraus bestehen, dass ich die ganze Zeit doppelt Schaden mache. Warum brennt dein Helm? Das ist das, was ich gerade erklärt habe. Das ist das Zeichen für den doppelten Damage. Ja, deshalb, ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt hingehen. Wo ich halt noch viel zu looten habe. Ne, ich hab, ich meine, ich hab keinen Händler gesehen, der Ringe verkauft bisher. Ne, ich war noch nicht bei Quelak. Ich hab noch den Weg noch nicht gefunden. Dadurch keine Vorteile. Ne, ist einfach nur ein Challenge Ring. Wohin gehen wir, Chad? Wo gibt es noch viel Items? Neulondo, I guess, ne? Lass Neulondo gehen. Und dort das Wasser ablassen. Da gibt es noch einiges zum Looten. Style-Punkte gibt der Ring. Ja, genau, das ist das Positive. Style. Ich hab jetzt ein geiles, flammendes Auge über meinem Kopf. Das ist doch, das ist doch cool. Das ist doch positiv, oder? Ich check noch mal die Shops hier ab. Die hier sind. Aber ich meine, ich hab keine Ringe gesehen. Und wir können Fremd. Jetzt holen. Dann hab ich doch auch noch ne neue Nebelwand, ne? Amulett ist kein Ring, ne? Ach, der spawnt trotzdem erst, wenn ich Onsen und Smoke den Dingens besiegt habe. Oder wahrscheinlich erst, wenn ich mit Gwenewehr gesprochen habe, ne? Auch wenn ich die Vessels schon habe zum Teleportieren, ähm, ist er halt immer noch nicht da. Äh, der Händler unter der Brücke, ich weiß nicht, ob er schon da ist. Der sitzt ja, glaube ich, gerade bei mir noch in den Tiefen. Ich weiß nicht, ob er schon da ist. Weil der Boss in den Tiefen ist ja noch nicht besiegt. Der Boss in Standstadt ist noch nicht besiegt. Deshalb, glaube ich, ist er immer noch in den Tiefen. So, ja, let's go, Neulondo. Gehen wir da runter, lassen das Wasser ab. Ich versuche dort nicht zu sterben. Es gibt manche Gegner, die würden mich theoretisch one-hitten. Und dann habe ich natürlich die geile Rolle. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht irgendwie so easy Gegnern ausweichen. Aber mit dem Schild vielleicht, ne? Vielleicht soll ich mit Schild spielen. Die Geister werden eklig. Äh, ich spiele einen Full Randomizer. Da gibt's keine Geister. Ja, direkt vergiftet. Ja, schon kein Bock mehr weiterzulaufen. Ja, I guess. Ich muss mit Schild spielen. Dann kriege ich auch doppelt Gift-Schaden. Junge, als ob der Ritter mir immer noch hinterher rennt. Ja, was ich sagen wollte ist, ich kann ja nicht mal vernünftig dodgen. Den doppeltchen Schaden, den ich bekomme. Aber ich kann theoretisch ja mit Schild spielen. Und versuchen damit, so viel es geht, abzublocken. Ja, wie schmeckt dir deine eigene Waffe, hä? Wie schmeckt dir deine eigene Medizin? Schmeckt gar nicht, ne? Okay, einhändig mache ich ja null Damage. Ich glaube, ich heile sie mit meiner, mit einhändiger Waffe. So, der Bre ist AFK, dann lassen wir ihn weiterhin AFK sein, I guess. Bis er wieder zurückkommt vom Klo, bin ich schon weg. Ich habe leider nichts gegen das Gift, ne? Leider nicht. Leider gar nicht. Schade. Ah, er ist friendly, weil ich dieselbe Waffe habe. Ah. Können die runterfallen? Die können runterfallen, lol. Obwohl die schweben. Opfer. Oh, der Damage. Von den kleinen Pissern. So. Ja. Wie sieht es da drin aus? Voll auf jeden Fall. Ah, Blitz! Okay, warte. Boah, trotz des Schild. Scheiße. Er kann spucken? Jürgen steht mit dem Arschloch zu mir einfach. Okay. Was schießt mich da an? Ach, dahinter steht noch jemand. Oh, Mann. Hinter diesem Tentakelvieh steht noch jemand, der Blitze schießt. Holy shit, ey. Macht es überhaupt Sinn, die Menschlichkeit zu skillen? Zu killen? Geben ja nur ein paar Seelen oder droppen die zum Teil. Ja, soll ich die ignorieren und mich töten lassen von denen oder wie? Ich muss mich ja verteidigen. Ich töte doch nicht Gegner gerade mainly, weil ich grinden will. Ich töte sie, weil ich so sterbe. Da sind Gegner. Sie greifen mich an. Okay. Okay. Ja, die Geister werden 100% angenehmer. Hab gerade gesehen, bei mir ein Sterne-Restaurant ist 6-Gänge-Menü für 225 Euro plus 105 Getränkebegleitung. Was für Begleitung, Digga. Gießen die dir das Getränk in deinen Mund selbst ein? Was ist denn die höchste Sternzahl, die ein deutsches Lokal in Deutschland hat? Ich meine nicht auf den Run bezogen, sondern generell. Achso. Ja, aber auch generell tötest du sie ja, weil die dich angreifen. Du verteidigst dich halt. Sonst bist du ja tot. Ich meine, in vielen Situationen, klar kannst du wegrennen vor denen, weil die sind recht langsam. Aber in vielen Situationen, oder was heißt in vielen Situationen, aber es gibt natürlich Situationen, wo du nicht einfach so wegrennen kannst. Ne? Kommen ja nur in den Katakomben. Oder bei Manus in DLC, ne? Da kommen die Mainen, die vor. Allgemein ist 3 das höchste. Achso, weltweit. Es gibt gar nichts Höheres als 3. 3 ist so das Krasseste. Die lässt Menschlichkeit fahren. Okay. Kann man bestimmt mit den Grinden, ne? 3 ist das höchste. Alter, geil. Chat, wann? Gehen wir ins Drei-Sterne-Restaurant? Auf dich? Nee, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ihr bezahlt mir ja meinen Arsch. Ihr bezahlt mir meinen Arsch. Das heißt, wenn ich euch einen ausgebe, dann ist es ja so, als würdet ihr es ja selbst kaufen. Dann könnt ihr es auch direkt selbst kaufen. Schachmatt. Oh, der ist direkt schon hinten getriggert. Scheiße. Scheiße. Ich habe gehofft, das ist wieder wie beim ersten Mal. Ach, komm schon. Ich komme hier nicht durch, Chat. Ich komme hier nicht durch. Der steht da halt auch so richtig scheiße, dass ich halt nicht irgendwie, also der pinke, diese pinke Echse, steht da halt so kacke, ne? Dass ich nicht irgendwie an ihr vorbei kann, und da geht es ja so seitlich links und rechts rein, dass ich da nicht mal hin kann, oder so, ne? Mach vorher, Rohr, du kannst mich nicht hier matt setzen, ach so. Ich glaube dir einfach mal, dass das im Schach so funktioniert. Wo kann ich hingehen, ansonsten? Boah, ich habe echt nicht mehr so viele Möglichkeiten, Chef. Ja, Katakomben ist das Ding halt bei doppelten Schaden. Das sind halt ultra viele Skelette. Das wird komplett überladen sein, mit super vielen krassen Monstern. Ich habe eine Brandbombe, vier Wurfmesser. Ich meine, wir können die Katakomben uns anschauen, aber ich glaube, die Katakomben sind noch schlimmer als Neulondo. Weil es sind halt so viele Skelette, die jetzt alle gerandomized sind. Und ich kriege doppelten Schaden und mache selbst gerade mit diesem Speer kaum Schaden. Wir können den Speer vielleicht upgraden. Mit was skaliert er überhaupt? Wir könnten ihn theoretisch upgraden, Chat. Und dann gehen wir wieder Neulondo. Was ist, wenn wir ihn upgraden und dann Neulondo gehen? Dann kille ich vielleicht die Gegner schneller dort und werde nicht von den Blitzen getötet. Ist das der Play? Maybe? Ja, das ist das Problem. Ich habe nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wir können auch zur Ziege gehen. Ziegendämon, die Nebelwand nehmen. Und die bringen mich ja dann zu Tomb of Giants, aber von Mythos Seite aus. Und von dort aus... Ich glaube, in der Höhle von Fornito sind ja auch einige Items. Aber ich glaube, auch nicht so viel, glaube ich. Auch nicht so viel. Ey, Wibber, du Süßmaus, was geht ab? Und ich habe immer noch nur eine Glocke, ne? Sands Fortress ist immer noch nicht offen. Und was ist beim Vogel beim Asyl, Jo? Jo, 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 Jo. Jo, 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 Jo. Ich überlege gerade generell, was Nebelwände angeht, Chat. Ich habe auch nicht mehr so viele Nebelwände eigentlich, ne? Ich habe auch nicht mehr so viele Nebelwände. Was brauche ich denn für die Waffe? Habe ich überhaupt das Material, um das abzugraden? Dämonen-Titanit. Ja, okay, gut. Ehe für einen Arsch. Ich habe nichts mehr. Ich habe meine ganzen Dämonen-Titanit ausgegeben für den geilen Hammer, den ich für fünf Minuten hatte. Also es gab auf jeden Fall einige NPCs, die Dämonen-Titanit verkauft haben. Aber imagine, ich habe mir das gemerkt, wer zum Fick Dämonen-Titanit verkauft hat. Wenn du zu großen Leere gehst, ist da noch irgendwo eine Nebelwand? Und, äh, da war ich schon. Ja, welcher NPC hat die jetzt verkauft, die Dämonen-Titanit? Titaniter. Wer hat die jetzt verkauft? Habe ich überhaupt viele Seelen, die ich habe, die ich poppen könnte? Ja, ich habe hier so eine große. Ja, doch, wir haben genug. Wer hat die jetzt verkauft? Wer hat Jeremys Mutter in den Arsch geboost? Also wir haben jetzt hauptsächlich Nebelwände, die ich jetzt noch absuchen kann. Die nicht in Sackgassen führen. Das sind die Katakomben. Oh, Katakomben. Nee, Katakomben auch nicht, ne? Nee, doch. Doch, doch, doch. Katakombe. Katakomben. Und Neulondo. Oh, ich habe noch eins. Lass da hin zuerst gehen. Und zwar, ich habe jetzt noch die Lordwessel. Die goldenen Wände sind doch jetzt weg. Oder nee? Chat, wann verschwinden die goldenen Wände? Die goldenen Wände verschwinden doch erst, wenn man die Lordwessel hier abstellt, ne? Ja, ja, scheiße. Die sind doch nicht weg. Okay, dann egal. Dann müssen wir weiter nach einem Shop suchen mit Dämonen-Titanit. Weil, bevor ich jetzt losziehe und nach Dämonen-Titanit suche, können wir auch direkt erst mal in die Katakomben gehen. Vielleicht ist es dort gar nicht so schlimm in den Katakomben. Vielleicht komme ich da ganz gut durch. Wenn ich das da reinschaffe. Scheiße. Hier kommt der Song. Hallo? Schade... Ich dachte ich kann mich vorbeischummeln... hat nicht ganz so gut funktioniert schade ich habe drei neue augen moment da gibt es kein kann ich mich nicht zu nito teleportieren als ob man sich nicht zu ihm teleportieren darf ja ich meine priscilla ich war ja schon bei ihm das würde ich das nicht fragen ich kenne ob das in rando anders geregelt ist ojo ok da ist eins das beste ja das 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 ist das ist das ist und noch mal ich muss den hier nach links baiten dann gehe ich hier nach rechts so ich hoffe die folgen mir nicht weil ich muss da glaube ich gegen den butcher ein bisschen schlägerei machen butcher okay irgendjemand ist gestorben stark okay der kommt nicht rein und der blockiert gedrückte daumen für den ring ja ich brauche jetzt ganz viele daumen okay wenn alles geht alle alle skelette die normalerweise auf dem boden liegen und erstmal so zusammengebaut werden müssen also hier sind ja viele skelette so tot auf dem boden wenn du in ihre nähe kommst dann bauen die sich so auf und wenn alle skelette die sich normalerweise erst aufbauen müssen komplett afk stehen im randomizer dann ist das eigentlich ganz geil dann komme ich vielleicht auch ganz gut hier durch okay nicht alle natürlich schwarzritter wieso soll es auch einfach sein ne aber ich muss ihn nicht töten oder ist ja kein nekromant normalerweise steht hier ein nekromant und du willst ja den nekromanten töten okay ich muss ihn aber töten damit ich das bonfire benutzen kann du musst ihn ja töten damit er nicht ständig die skelette wieder neu beschwert ne ja er hat sich umgeschult vom nekromanten zum schwarzritter der stroke schon fünf jahre wie die zeit vergeht ja man vielen vielen dank für fünf jahre treue kuss ich habe meinen ersten run mit table rüstung gespielt würde ich nie wieder machen das ist bei dark souls 1 gar nicht so bad eigentlich dark souls 1 was das angeht ist eigentlich da noch noch sehr sehr nice ist sogar easy mode weil boys in dark souls 1 ist echt stark ok viele bosse kommen halt da gar nicht so drauf klar wenn du einfach eine dicke rüstung anziehst und einfach drauf hämmerst und die dich halt gar nicht staggern können und du einfach durchspammen kannst kannst du durchspammen und wenn du dich heilen muss brechen sie dich auch beim heilen nicht ab kannst auch einfach spammen habe ein bisschen glück hier mit den gegnern bekommen dass sie hier zu groß sind ich weiß er kommt durch ich habe schon eisenfleisch in dark souls 1 oooohhh one hit crazy ja schwer hat eine gute range aber leider nicht so viel damage ne ja das wird jetzt leider das problem bei vielen gegnern zu sein so lange ich diesen ring trage viele gegner werden mich bei bestimmten angriffen einfach one shotten wieso kommt der erste nicht durch aber der zweite schon da schon wieder ja Der Run wird so ein Struggle, ne? Also der ist jetzt schon ein Struggle, ne? Aber... Kommt er durch? Aber Glück gehabt, dass auf der Seite nicht irgendwelche... Uh, Vogel. Dass auf der Seite keine irgendwelche Magier oder so oder irgendwelche Bogenschützen die ganze Zeit nicht wegspammen. Dahingehend schon mal ein bisschen Glück gehabt. Dass die Gegner hier oben sich blockieren, weil diese Golems so riesig sind, das ist auch schon recht lucky. Hätte viel schlimmer sein können, der Anfang hier. Oha! Ich kann mich gegen Gift jetzt wehren. Okay, ich nehm' alles zurück, Chad. Wieso? Jigs' ich das auch noch? Also hier bin ich... Ich wollte gerade sagen, hier bin ich doch an der Kante safe, aber... Ich glaube, ich bin doch hier nicht safe, ne? Okay, ich bin doch hier nicht safe. So, cool. Das Ding ist, hier runterjumpen, bringt mir nichts. Glaube ich. Ne, bringt mir nichts. Ich will ja die Nebelwand weiter oben testen. Weil man kann ja hier runterjumpen, direkt komplett nach unten zum Boss. Wobei... Da liegen ja auch noch Items. Da, das... Dann könnte ich das Item da oben holen. Vielleicht ist das ein Ring! Ja, aber mir geht's nicht um den Weg. Ich war schon ganz unten. Mir geht's um die Items. Ich brauche, suche gerade Ringe. Mein Problem ist... Ich... Trage diesen scheiß Ring, den ich nicht loswerde. Und den werde ich erst nur los, wenn ich... ...einen anderen Ring finde. Oder in dem Fall jetzt zwei Ringe finde. Deshalb muss ich ja eigentlich hier... ...Stück für Stück das ganze Gebiet clearen. Damit ich alle Items mitnehmen kann. Okay. Einfach durchgepowerstanzt. Ey, da passiert irgendwas oben. Alles wird gerandomized. Da ist kein Ring mehr. Also, vielleicht ist da auch noch ein Ring. Aber vermutlich eher nicht. Da kann alles Mögliche sein. So, da oben ist ein Item. Potenzieller Ring. Ach. Ja, okay. Okay, wir probieren einmal durchzurennen. Wirklich. Bei meinem Lack ist das nächste Item eine scheiß Armbrust. Ist das jetzt zu groß hierfür, oder was? Ne, Zauberstab ist nicht so schlimm. Zauberstab geht in die linke Hand. Da ist mein Schild weg. Ja, ich denke... Ich renne einmal runter. Also, ich springe einmal runter, um die... 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 Die Dinge jetzt da zu holen. Das eine Item, was da unten schon zu sehen ist. Okay, stark. Wusste ich gar nicht. Ne, du kannst es schon in die rechte Hand nehmen. Aber die Mod, die ich habe, die Items automatisch ausrüstet, die packt Talismane und Zauberstäbe automatisch auf die linke Seite. Schilder, Talismane und Zauberstäbe packt die Mod automatisch auf die linke Seite. Aber ja, in der Regel kannst du auch in die rechte Hand nehmen. Der scheiß Vogel... Tötet mich. Verdammt. Ich versuche da unten, auf die Kante runterzufallen. Dass ich ganz nach unten durchfalle. Das sollte man überleben. Das geht. Und da liegt ein Item unten. Vielleicht bringt dieses Item mich irgendwie weiter. Vielleicht liegt da irgendwie eine richtig krasse Waffe oder so. Mit der ich hier die Gegner alle easy weghauen werde. Ich habe bisher noch keine einzige Schwarzritterwaffe bekommen. Das ist crazy. Oh, ist meinster Vogel durchgelaufen? Start. Nein, 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 nicht weiter rutschen, nicht weiter rutschen, nicht weiter rutschen. Ah! Okay. Nein, der kommt runtergefallen. Da drin war ich auch schon. Nein, 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 ich bin abgerutscht! Stimmt, die Axt hatte ich. Ich hatte die Schwarzritter-Axt gehabt. Die Schwarzritter-Waffen sind sehr nice, ja. Sind recht stark. Boah, Junge, Junge, Junge. Bin tot. Der Vogel darf mich halt nicht treffen, ne? Wenn die mich trifft, dann, ja. Kann ich da nicht stehen bleiben und heilen. Warte mit Schild. Ich renne mit einem Schild auf sie zu. Block den ersten Angriff ab. Und spring dann runter. Oh, sie ist da. Oh, wieso bleibt er hier oben? Sie ist auch hier. Alle sind hier. Oh. 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 Komm schon. Das sind genau zwei Items, Chat. Das sind dann gleich einfach genau zwei Ringe. Das wäre so nice, ne? Dann wäre ich einfach wieder komplett zurück. Äh, weiß nicht, wie lange ich heute streamen. Wieso? Alle außer Waluigi. Dein Kopium gefällt mir. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss daran belieben. Nein, die Bombe, die Bombe, die Bombe, die Bombe. Steh doch schneller auf. Wie lange liegt er? Nein, die Bombe, die Bombe, die Bombe, die Bombe. Boah, der Damage ist so krass. Es ist wirklich gerade einfach nur Glücksspiel, Leute. Es ist gerade einfach nur Glücksspiel. Also ich bin auf jeden Fall noch ein paar Stunden hier. Gleich kriegst du noch Dusks Ring und hast dann 50% mehr Leben und Doppel Damage. Lass doch direkt No-Hit-Challenge spielen, ne? Vogel ist hier. Sehr nice. Vogel ist unten. So, und safe. Nein, nicht du. Geh doch. Geh, geh doch. Geh doch. Nice, danke. Da schießt auch irgendjemand. Blitze! So, nice. Finally. Item Nummer eins. Äh, zwei Handschuhe. Das hätten auch zwei Ringe sein können. Schade. Nein, nein, nein. Leider keine Ringe, Chad. So, da unten die Nebelwand. Wo hat die mich nochmal hingeführt, die Nebelwand? Die haben wir gestern, äh, schon besucht gehabt. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo die mich hingebracht hat. Ja, der Schmied hat die Wand hier noch nicht aufgeschlagen. Hier gibt's ja einen Schmied. Wenn du ihn findest, dann schlägt er die Wand auf. Hier. Aber nur, wenn du ihn von innen triffst. Ach, du Scheiße. Danke. Nein! Junge, der slappt gegen meinen Fuß. Scheiße. Oh, Daniel. Danke schön für den Giftsabban. Yami. Wo bin ich nicht von oben reingesprungen? Achso, du meinst du ein Schmied? Ja, ich weiß nicht, ob du gerade, ähm, das Problem hier siehst, an dem Run. Ich spiele einen Randomizer. Ich habe mich mal in den Weg nach unten gefunden. Da ist eine Nebelwand dazwischen. Ich gehe mal noch mal, Moment, ich kann auch noch hier landen, ne? Hier wäre ich jetzt hochgekommen, glaube ich, oder? Irgendwo? Hier ist ein Item. Leider kein Ring. Da ist ein Pilz. Ja, ich kann schon mal nicht mehr runterkommen. Der Pilz wird mich one-hitten. Ich muss springen. Ging hier nicht noch irgendwo der Boden kaputt oder so? Ja, hier, ne? Hier geht doch rein! Auch nicht, Chad. Ich kriege keine Ringe. Boah, ey, Kettengemaschen. Blauer Brocken. Ja, der Nizu Sark ist da oben. Ich war schon da. Ich wollte da jetzt gleich nochmal hingehen. Weil man muss bei ihm so Covenant-Items abgeben. Und ich habe recht viele abgegeben. Aber habe nicht... Ach, du Scheiße. Nein, die Kamera hat sich von alleine gedreht. Aber habe nicht seinen Covenant-Zauber bekommen. Und jetzt habe ich wieder ein paar Augen gefunden. Vielleicht habe ich jetzt genug Augen. Also Eid-Items. Ach, ich bin hier. Dass ich jetzt das Item bekomme. Und das Item, was er mir gibt, anstelle von seinem Wunder, seinem Zauber, ist ja vielleicht... ein Ring. Prober! Kann es sein, dass ich hier das letzte Mal das Bonfire nicht benutzt habe? Deshalb kann ich mich nicht hier importen? Ach, hier ist gar kein Bonfire, weil der Boss hier noch gar nicht tot ist. Hier ist generell noch gar kein Bonfire. Ich dachte, das Bonfire ist auch schon vorher da. Okay, geht nicht mehr. Chat, wie ist das mit den Aiden in Dark Souls 1? Werden die resettet, wenn man sie wechselt? Nee, ne? Okay. Ja, keine Ahnung, wie viele Augen von mir haben will. Ich dachte, es waren nur 10, die man geben muss. Ich habe schon locker mehr als 10 gegeben. Und habe immer noch kein... kein Item bekommen. vielleicht weil es nicht Nito ist, sondern Priscilla. Jetzt, wo du es sagst, ich meine, da war was. Hier gab es keine Items, ne? Da oben ist noch die Tür. So, kannst du bitte wechseln auf Nahkampf? Warum sind die Steine pink? Ich habe keine Ahnung. Im Rendo sind die Steine im Alepink. Normalerweise sind die Gegner mit den Steinen ja in... Standstart. Ach, du Scheiße. Ach, ja, okay, der Pfeil. Äh, normalerweise sind die Gegner ja in Standstart. Und vielleicht reflektieren die irgendwie Licht. Aber das Licht, was sie in Standstart... Ach, keine Ahnung, man. Ja, es ist auf jeden Fall im Rendo immer, wenn die woanders stehen, außerhalb von Standstart, dann haben die alle so pinke Bälle. Vielleicht sind die in Standstart auch so äh, umhüllt von diesem... von der Sumpfsoße. Und deshalb sind die äh, dann bräunlich... bräunlich... bräunlich grün in, äh, in Standstart. Aber eigentlich sind die pink, wenn die leer sind. Äh, leer sind. Sauber sind. Wer macht er jetzt? Ein weiterer Nachteil beim, äh... Wieder... Beitritt einer Gruppierung. Alles, was ihr bereit zum Bekräftigen eures Eides geleistet habt, wird um die Hälfte. Oh, Hälfte. Also gab's wirklich eine Regelung. Ja, schade. Oh! Der Stein. War da ein Item? Oh! So stöhnt man, wenn man einen riesigen Felsen von hinten abbekommt. Oh! Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Nein, nicht rutschen! Lecker Sumpfsoße! Oh! Schnell heilen. Schnell heilen, bevor die von hinten kommen. Oh, die Humanity! 200! Chet! 200 Tode geknallt! Wuuuuh! 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 Junge, kommt da so ein kleiner Wicht aus der Ecke noch rausgelaufen. Hallo, 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 hallo! Uuuuuh! Gelotscht. Kapapapu! Ich lebe! Leben! Ah, Leben ist gut! So. Sicherheit gehen. So. Und jetzt ist mal die Dinger poppen lassen. Und der Brie ist am Start. Soll ich vielleicht versuchen, die zwei zu töten? sind schon echt tanky, ne? Oh. Oh. Nein! Oh. Lol. Oh. Ich wollte ihn noch von hinten ein paar Mal draufhauen, dass er gestaggert wird und dann runterfällt. Und der andere schiebt mich einfach runter, ey. Und all das. All das. Diese ganzen Tode, diese ganzen Versuche, da weiterzukommen. All das. Vermutlich nicht mal für irgendetwas, was mich irgendwie nur ein Stück weiterbringt. Das ist geil, oder? Das ist motivierend, oder? Randomizer macht Spaß, haben die gesagt. Hoppa. Ach ja, Steine. Ganz vergessen. Oh, die Explosion. Schade. Okay, ich versuch noch mal durchzurennen. Ich versuch mal ohne kämpfen. Versuch mal wieder durchzurennen. Chaos Blade. Das wär echt scheiße. Ja, auch wenn ich die ganze Zeit gerade am sterben bin und eigentlich kein Schritt vorankomme, ich hab auch Spaß. Aber Dark Souls 1 macht immer Spaß. Doppel-Menschlichkeit. Feuer. Tod. Okay, da haben wir schon mal ein Item gelootet. Da ist nichts. Nee, Dark Souls 3 macht auch sehr viel Spaß. Also wir machen das hier auch irgendwann mal mit Dark Souls 3 auf jeden Fall. Die gleiche Challenge dort auch. Den Elden Ring habe ich das gemacht. Jetzt den Dark Souls 1 und dann machen wir das in Dark Souls 3 noch. Scheiße Vogel ist mit runtergekommen. Scheiße Vogel ist mit runtergekommen. Hat da nicht so einen krassen Randomizer Support. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie eine andere Engine benutzt haben oder so, aber ich glaube nicht. Oder ob es einfach daran liegt, dass es halt weniger beliebter ist. Aber ja, da gibt es nicht so viel. Da ist der Randomizer noch nicht so krass. Bei Sekiro weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Und Zoffers sind Dankeschön für drei Monate. Bei Sekiro und Bloodborne habe ich keine Ahnung, ob es sowas gibt. Also bei Bloodborne gibt es auf jeden Fall Randomizer. Sekiro gibt es auf jeden Fall Randomizer. Aber ich weiß halt nicht, ob es sowas wie diese Wow, auf einmal Stein One-Hit aber es ist ja nicht nur Randomizer, sondern auch Foggate Randomizer. Ich weiß nicht, ob es bei Bloodborne sowas gibt. Und bei Sekiro? Bei Sekiro gibt es ja nicht mal Nebelwände. Und bei Bloodborne, wie gesagt, weiß ich nicht. Jetzt, wo ja irgendwie Leute geschafft haben, Bloodborne auf PC zum Laufen zu bekommen. Vielleicht wird da jetzt irgendwie in den nächsten Jahren sich da was entwickeln. Ja, bei Sekiro kannst du halt Gegner und Dinge ver... Aber du hast halt auch nicht diese Challenge hier mit... die ich bei Elden Ring jetzt bei Dark Souls 1 gemacht habe mit diesem Auto-Equip. Das hast du ja dort auch bei Sekiro nicht, weil... da gibt es keinen Equip. Zum Laufen ist großzügig gesagt. Ja, wir sind... Die sind gerade erst am Anfang. So, aber... ne? Das wird ja jetzt. Die sind ja da aktiv am Machen. Und die kriegen das schon hin. In ein paar Jahren haben wir Bloodborne-PC mit... geilen Randomizer-Mods. Nicht die Keule, nicht die Keule, nicht die Keule. Ich kenne mich nicht so gut hier aus. Ich war hier noch nicht so oft unterwegs. recht selten war ich hier und wenn, dann nur ganz kurz. Um was Bestimmtes zu looten. Autschi! Oh, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Da gibt es keine Items. Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Ich habe keine Heilung. Und da schießt irgendjemand mit Pfeil und Bogen. Ich weiß nicht, wo er ist. Hier ist auch nichts. Wieso kann man hier hoch? Oh, er ist hier. Oh, er ist hier. Oh, 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 oh. Also ich meine, wenn das Bloodborne-PC-Projekt plötzlich jetzt von Sony runtergenommen wird, dann wissen wir, das ist eine offizielle Bestätigung. Sony arbeitet an einem PC-Board. Was geht ab? Ja, so. Hast du geschlafen? Privatsache. Okay. Scheiße. Kann er da weggehen? Ach, du schwanzgesteuertes Wesen der Ur-Natur. Oh, Demon's Souls-Chat. Ich weiß gar nicht, wie Demon's Souls... Demon's Souls... Ähm... Hier auf Emulator hat auch Randomizer. Ich weiß gar nicht, ob da einen Randomizer gibt. Für... Fog Gates und für Auto-Equip. Aber wahrscheinlich auch eher weniger. Ich weiß auf jeden Fall, es gab Enemy und Item-Randomizer. Aber ich glaube kein Fog Gate. Und auch nicht ein Auto-Equip. Vor allem Auto-Equip ist ja generell recht speziell. Ist ja so keine... Typische Mod, die... Jeder dann bei jedem Soul-Zimmer macht. Als ob! Oh, Vogel! Ah! Ja! Ah! Ja! Äh, ne, sind keine Steam-Mods. Es gibt ne Dingens-Seite. Äh, Nexus-Mod heißt die Seite. Da gibt's für viele Spiele-Mods. Unter anderem sind da immer die Dark Souls-Mods. Ja, hinter mir ist die Action los. Schade. Ja, wenn der Vogel nicht rauskommt, dann schaffe ich es auch nicht durchzurennen. Außer ich töte halt die ganzen Kristalltypen da. Aber das haben wir ja schon zweimal jetzt gemacht oder so. Und das dauert ewig, die ganzen Gegner zu töten. Nur um dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zwei Meter später von der Armee von Gegnern weggegangt zu werden. Da bekomme ich, glaube ich, weiter voran, wenn ich versuche, die ganze Zeit durchzurennen. Mit dem Kopf durch. Wo bist du draußen? Arschloch. Ach, du mein Gott, die Keule. Wenn ich es da schaffe, einmal vernünftig durchzurennen, dann kann ich die Brücke drehen und dann kann ich immer anfangs schon skippen. Indem ich immer direkt auf die Brücke springe. Marathon wurde abgebrochen. Gibt es nicht mehr. Gibt es generell keine Marathons mehr. Vogel ist draußen. Stark. Ja, okay. Oh, Feuer von hinten. Oh, crazy. Wie die mich nicht durchlassen, ne? Oh, Chad, was mache ich denn, wenn ich da jetzt auch keine Ringe finde? Junge, ich sehe es schon kommen, ne? Es läuft darauf hinaus, dass ich diesen Randomizer mit diesem Ring durchspielen muss. Also wenn das jetzt, wenn ich jetzt hier durch bin und ich habe nicht, äh, keine Ringe. Ich habe nur noch den Ringe. Siehst du hier über dem Kopf? Das Feuerchen. Ja, das Auge. Saurons Auge. Ähm, wenn ich hier jetzt durch bin und ich finde dort keine Items, äh, keine Ringe. Dann muss ich einen Shop suchen, der Dämon-Titanit verkauft. Davon kaufen wir uns dann einige. Und ich upgrade diese Waffe, dass die vernünftig Damage macht und dann gehen wir nach New Londo damit. Dumme Vogel. Und dann hoffe ich, dass ich da in der Sackgasse, wo ich nicht weitergekommen bin, vorhin, dass ich da dann weiterkomme. Junge, der ist noch ein Magier. Das ist dumm, dieser dumme Typ mit dem scheiß Feuer. Wie schnell er schießt. Äh, die Streaming-Zeiten haben sich nicht großartig geändert. In grob nehmen wir noch das gleiche. Nice, Vogel, danke. Vielleicht schlage ich einmal den, äh, Feuerwehrmann. was ich hier so kurz anstaggere. So. Das ist doch ein Plan, oder? So, hier war noch ein Item. Shit, wo ist das Item hier? Hier war doch ein Item. Da hinten. Aber das ist das nicht. Ist das das, was ich gesehen habe von unten? Oh, eine grobe. Ein Vagrant. Äh, Magier. Bomben. Ah. Oh, Junge. Äh, warum abgebrochen? Weil ausgebrannt. Deshalb keine Marathons mehr. Äh, ja, der Hammer Run habe ich hier bei Mock abgebrochen, ja. Weil ich nicht mehr vorankam. Ich bin zu schlecht für Elden Ring. um Challenges zu machen, bei denen man keinen Schaden macht. Da habe ich leider Elden Ring noch nicht oft genug gespielt. Weil mir halt leider bei den meisten Bossen halt einiges an Knowledge fehlt, um die Challenges zu machen. Weil ich kann die meisten Bossen in Elden Ring nicht mal ohne Challenge vernünftig machen. Außer ich bin halt komplett overpowered. Deshalb, ja, auch wenn Elden Ring dich dazu einlädt, viele verschiedene coole Challenges zu machen, ja, müsste ich das halt viel mehr spielen und viel mehr trainieren. Alter, die Combo. Stark. Boah, ich habe keinen Bock mehr hier weiterzugehen. Ich habe keinen Bock mehr hier weiterzugehen. Ich glaube, ich gehe woanders hin. Man, an sich ist ja halt echt nicht mehr viel, ne? Ich bin eigentlich so gut wie fertig hier, ne? Aber ich komme gerade einfach nicht mehr voran. Ich bin so gut wie fertig hier. Das ist das, was mich eigentlich noch hält, hier weiterzumachen. Ja, am Ende sind wir vielleicht Ringe. Und deshalb muss ich das zu Ende machen, damit ich hundertprozentig sicher gehen kann, hey, ich bin hier fertig. Ja, mich nervt auch die Open World in Elden Ring. Ich mag die auch nicht. Also, jedenfalls für Challenges und fürs Replayen. Die Open World hat sehr viel Spaß gemacht, aber so für Challenges und zum Replayen ist das nicht so geil. Da funktioniert dann halt Dark Souls 1 oder 3 für mich besser. Oh, Vogel geht weg. Wuhu! Was ist das, wenn ich nicht Damage nimmt? So, Chat, jetzt. Ich glaube, that's my moment. Wir machen jetzt, ich bin hier gut durchgekommen. Wir können das, glaube ich, jetzt in Ruhe machen. Jeden Gegner töten. Dann kriege ich das hin. So. Ist das für ein Item gedroppt? Lila Moos klumpen. Nice. War das so die DLC Open World schlimmer als das Main Game bei Open World? Ne, die war geiler. Die war geiler. Ja. Ey, Poppy, was geht ab? Wie ist der mentale Zerfall? Geht noch. Jetzt kommt doch runter. Ja. Scheiße. Der Arschloch kommt. Ring. Scheiße, ich habe ein Ring. Ja. 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 Scheiße, irgendjemand kommt von hinten. Ach der. Okay, besser try bisher, Jack. Scheiße, der Magier kommt. Der Nekroman kommt. Wie er dahinten steht mit seinen rotleuchtenden Augen. Fuck, jetzt kann ich nicht vernünftig kämpfen, ne? Nice. So, jetzt kommt der Butcher. Der ist sehr gefährlich. Okay, er spielt mit der Leiche. Er ist zum Glück nicht so tanky wie der Typ mit der Keule. Item, Ring, Ring! Oh, Schattengewand. Edel. Ich weiß nicht, ob es hier noch Items gab. Nein, das ist nur eine Sackgasse. So. Dann kommen jetzt die eine Humanity als Gegner. Und sonst war, glaube ich, hier jetzt alles weg. Ja, ne? Ich weiß nicht mal, ob die mich angreift. Greift die mich an? Ja, die greift mich an. Junge, der cleane 100 Schaden. Wie geil. Satisfying. Einfach genau perfekt, 100 Damage. So. Okay. Nice. So, jetzt die Kugeln platzen lassen. Maybe. Der Vagrant, scheiße. Der Vagrant muss hier hinlaufen eigentlich. Er läuft. Er läuft. Vagrant. Un novo Grante. Un novo Grante. Äh, como esta? Jo, er springt. Ring. Schade. Nummer 1 ist weg. Die scheiß Augen. Äh, die Köpfe. Augen. Komm schon. Okay, der Nächste. Der Nächste kommt. Ah! Komm schon. Attackier mich. Ja, pfff. Au, ich renne nochmal rein. Lol. Nein. Der Kopf. Der Kopf. Der Kopf dreht sich wieder um. Und dahinter ist noch ein Vagrant. Ach, komm schon. Ist die Waffe montan gut? Ne, leider nicht. Also ich könnte sie besser machen. Nice! Er hat ihn runtergekickt. Boah, ich hatte kurz Angst gehabt, dass er durch die Steine... Da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Äh, äh, äh! Äh, äh! Boah! Nein! Falsche Richtung. Gedodged! Fuck! Arschloch! Der Vagrant kommt! Das ist mir alles gerade zu viel hier. Deshalb. Okay, ich glaube, ich habe es. Wir können die Brücke drehen. Ich glaube, ich habe es. Hier gibt es keine Gegner mehr. Okay, das ist ein Checkpoint. Ah, das... Ne, das ist die falsche Brücke. Okay, das ist doch kein Checkpoint. Egal. Ne, wobei, ich könnte jetzt zum Bonfire laufen. Komm, Ring! Oh, Leute, wir sind die andere Hand gepackt. So ein Zauberstopp. Boah! 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 Avatar Angst starb. Was macht der Typ da hin eigentlich? So. Ich könnte jetzt... hier runterjumpen. Boah! 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 Ich weiß nicht, ob der rauskommt. Ich glaube, der ist zu groß, oder? ich könnte richtig darunter jumpen und da hinten ist ein bonfire aber dann komme ich weiß nicht ob ich hier wieder hochkomme so easy und ich weiß nicht ob hier items sind hier geht der boden glaube ich kaputt und dann bin ich in der falle und hier geht es runter zum schmied ich weiß nicht ob ich jetzt nicht zum bonfire runter springen und da wäre die sense wenn ich zum bonfire runterspringen ob ich da wieder ob ich quasi hier wieder rauskommen kann von unten weiß dass jemand wie sie ist das andere game durch wie war es sehr funny war sehr von ihr die runterspringen ist nicht gefährlich glaube ich ich kann darüber jumpen und da hinten ist ein bonfire aber ich weiß nicht ob ich von da unten theoretisch mich wieder hier hoch arbeiten kann oder ob ich halt wieder komplett von neu laufen muss das weiß ich nicht ich habe keine ja eine heilung habe ich nur spring so lange daran denkt dass das wichtige beim sprung die landung ist nicht der fall danke ich habe die Warte, der Doku lebt. Hey, Kurosäu. Da unten hätten wir jetzt gleich einen Schmied. Ey, da sind zwei Venguards. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Und da ist ein Item. Kann der jetzt runterfallen oder so? Wieso fällt der denn jetzt nicht runter? Menschlichkeit. Können wir springen versuchen? Boah, ich hoffe, ich komme wieder hoch, Mann. Da drin ist auch ein Item. Da ist die Sense gewesen im Vanilla. Ich hoffe, man kommt hier wieder hoch. Ich bin mir halt nicht mehr sicher. Aber Keki, wenn du Sterne essen wirklich interessiert, kann ich dir sehr Alexander the Guest empfehlen. Das ist einer meiner Lieblings-Youtube. Der besitzt selbst Sterne-Ressourcen, bewertet andere. Ja, mir geht es nicht darum, also ich bin jetzt nicht so interessiert daran, mir andere Restaurants anzuschauen oder so. Mir geht es eher darum, ich will das mal selber probieren. Also sowieso interessant finde ich das jetzt nicht, so andere Restaurants mir anzuschauen. Ich gucke mir lieber beschissene Restaurants bei Frank Rosin an. Ja, ich kann mich theoretisch menschlicher machen. Dann können wir hier mehr Heilung haben. So, Patches ist irgendwie auch nicht hier. Wo treibt sich Patches um? Er ist nicht unten bei Tomb of Giants. Er ist nicht hier. Wo zum Fick ist Patches? Hä? Wo treibt sich den Typ rum? Ich check's nicht. Gibt es noch einen dritten Ort, wo er theoretisch sein könnte? So, da ist eine Nebelwand. Haben wir denn nicht schon gestern gesucht? Yeah, ich hab gestern, gestern war ich an dem anderen Ort, den ich gerade gesagt hatte. Und da war der halt auch nicht. Moment. Scheiße. Wieso ist das hier nicht offen? Ich sag, wieso ist das hier nicht offen? Das sollte doch offen sein. Scheiße. Wieso ist das zu, Chad? Soll das nicht offen sein? Scheiße, dann komm ich nicht mehr hoch. Glaub ich. Oder von hier? Aber hier war die Sense. Ah, hier war die Sense. Ah, alter Symbol der Gier. Chat. Es ist vorbei. Ich krieg kontinuierlich Damage. Und hier war der Jetzt ist es vorbei. Also ich habe jetzt doppelten Schaden. Ich kriege kontinuierlich Schaden und ich habe einen Bogen. Ich glaube, das Spiel will mich heute richtig, richtig leiden sehen. Ach du Schoße. Ja, ja. Ja, und nicht mal ein Schild oder so. Aber hey, Chat, ein Symbol der Gier. Also das Ding auf meinem Kopf. Damit werden jetzt mehr Items gedroppt. Das ist doch auch gut, oder? Oh, eine Verzeihungsmaske. Okay, die stehen da echt scheiße. Ne, ich kann den Stab nicht mehr benutzen. Der ist zu... Ja, der braucht halt mehr Intelligenz, glaube ich. Also ich kann ihn schon benutzen, aber dann mache ich halt... Ne, das ist nicht der Stab, mit dem man schlagen kann. Doch kann man. Aber ich mache halt damit null Schaden. Okay, vielleicht zwei. Nehmen wir den weg. Ey, ich triff diese scheiß Insel nicht. Oh, lol. Oh, lol. Bin ich jetzt tot? Ich wusste gar nicht, dass man perfekt da reinfallen kann in die Cutscene. Okay, man lebt. Aber da oben ist halt noch ein Item. Scheiße. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich echt ein Problem. Wobei, warte. Chaos Glut hergeben? Okay. Der verkauft keine Ringe. Der verkauft keine Ringe. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring. Ich habe doch gerade, habe ich nicht gerade Pfeile gekauft? Ich habe Bolzen gekauft, oder? Nee. Habe ich gerade nicht Pfeile gekauft, Chad? Ähm. Ich lasse das Bonfire noch nicht aktivieren. Ich spring gleich hier nochmal runter, weil ich will ja das Item da oben haben. Du hast, ich habe die Kohle? Moment. Hä? Was für eine Kohle habe ich gekauft? Hä? Bin ich dumm? Habe ich nicht hier Pfeile gerade gekauft? Ich habe das Harz gerade gekauft. Oh, jetzt stimmt. 33. Huch. Ich habe 33 Harz gekauft. Ich muss wohl eigentlich ein paar Pfeile kaufen. Oh, Giftpfeile, Chad. Damit Bosse vergiften? Ah. Bop, 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 bop. Also nicht ablegen. Oder nicht ablegen. Aber hey, jetzt kann ich die ganze Zeit meine Waffe mit Feuer besetzen. Das ist bestimmt bei manchen Bossen ganz cool. Nein, wieso will ich die mal ablegen? So, Gegenstände kaufen, so, was kaufe ich denn für Pfeile, große Pfeile, I guess? Nur 36, Trauerspiel, Trauerspiel, so, ich bohre mich wieder hoch und dann komme ich gleich nochmal hierhin für dieses Bonfire, obwohl, warte, ich check vorher nochmal die Nebelwand. Ja, Bogen ist auf jeden Fall besser als ein anderes, das auf jeden Fall. Check mal kurz die Nebelwand hier ab. Wo kommen wir hier raus? Beim Bosskampf? Bei... Oh, die zweite Glocke! No way! Ich weiß nicht, doch, die zweite Glocke ist sehr stark, Chad. Dadurch kommt jetzt Framed raus und ich kann die Lordwessel ablegen. Und dadurch öffnen sich die goldenen Nebelwände. Und wir haben hier unten einen neuen Shop, der für mich jetzt zwei Ringe bestimmt verkauft. Also, für Sans Fortress bringt mir das nichts, aber... Da war ich ja schon drin. Aber ja. Der verkauft Ringe! Aber einer ist schon mal gut. Wenigstens einer. Wir sind einen Schritt näher, den doppelten Schaden loszuwerden. So. Hä? Ne, ist noch da. So, jetzt müsste... Genau, jetzt ist er hier. Der nächste Ring, den ich bekomme, der wird dann diesen Ring des Unheils tauschen. Au. So, was hat er noch so Schönes? Der hat Dämon-Ditanid für 10, aber auch nur einen. Schade. Ja, der Rest. Kauf den noch nicht. Wieso sollte ich den nicht kaufen? Auf zu lachen. Ne, es gibt keinen Ring mit dreifachen Schaden. So. Dann können wir jetzt zum Schmied. Nochmal runter, um das Bonfire zu aktivieren. Okay, danke. Und da war ja noch ein Item. Das schwindet ja nicht, wenn du stirbst. Das ist ja scheißegal. Es geht ja darum... Pass auf. Es geht ja darum, dass... Die Ringe... Wenn ich einen Ring finde, dann wird immer der rechte Ring ersetzt und der linke wird nach rechts verschoben. Also der rechte fällt raus, der linke wird nach rechts verschoben und der neue kommt in den linken Slot rein. So. So. Darum geht es mir ja. Dass durch den Kauf dieses Rings ich jetzt diesen Ring von links nach rechts verschoben habe, sodass ich beim nächsten Ring, den ich bekomme, den Ring weg bekomme. Ich muss diesen Ring loswerden, damit ich nicht mehr doppelten Schaden bekomme. Ich verstehe nur Ringen. Ey, bitte bleibt doch da oben stehen. Aber auch wenn der linke Slot leer ist... Jetzt machst du... Jetzt bringst du mich durcheinander. Scheiße. Dann haben wir ein Problem. Vielleicht brauche ich doch noch einen Ring. Ich bin abgerutscht. Ich schaff's nicht. Ich bin... Ich bin einfach dumm. Ich bin einfach dumm. So. Jetzt wurde nicht gezählt. Ich verstehe nur Ringen. Ich kann mich halt nicht konzentrieren auf den Sprung, weil ich die ganze Zeit da... von den Idioten gejagt werde. Ist da eigentlich noch ein Item drin? Ah, da war ich ja schon bei den Wenders, ne? Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Okay, ein Ring. Schade. Junge, alle fallen jetzt hier runter. So, okay. Gut, dann sind wir mit den Katakomben fertig. War ein Trauerspiel. Ich hab nen scheiß Bogen. Ich hab nen Kopfteil, was mir durchgehend Schaden macht. Und ähm... Schade. 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 Kannst du dich nicht weiten? Nee, ich bin hier fertig. Also die Nebelwand hier unten, die habe ich schon gestern gemacht. Ich weiß nicht mehr, was da drin war. Ich kann noch mal kurz schauen. Aber die habe ich gestern schon gemacht. Stimmt, fremd! Fremd, 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 fremd. Schauen wir mal kurz, was hier war. War nicht hier Tombs of Giant? Nee. Was war hier nochmal? Ach ja, hier war Kalamed. Also Manus. Da unten steht jetzt Manus. Und wartet auf mich. Der mich momentan onehitted, weil ich doppelten Schaden bekomme. Schmeckt! Kannst du den von da oben weg snipen? Gute Frage. Wenn ich ihn triggere und die Leiter schnell wieder hochklettere? Ja, wir haben jetzt den zweiten Manus. Ich denke, die sterben gerade. Gegner. Chat. Wir haben eine kleine Quelle für ein paar Wunen. Jetzt wird gewarmt. Ich habe schon wieder Ruhen gesagt. Ich bin so scheiße. Also ich meine, zum Leveln ist das nicht so krass effektiv. Aber ist halt nice, wenn ich irgendwie einen Laden habe, wo ich irgendwie ganz viele Steine kaufen will oder eine Waffe kaufen will und mir fehlen noch Seelen. Dann könnte ich halt jederzeit hinkommen. Kurz die nötigen Seelen abholen. Dann gehen wir Chaos-Tochter. ми Schaden, die draußen abholen. Dir passiert das auch immer? Achso, du meinst, dass du Ruhen sagst? Aus Versehen. Ja, ich hätte zu viel Elden Ring letzter Zeit gehabt. Wir hast bei Elden Ring einmal, immer anstatt Ruhen immer Seelen gesagt. Und jetzt so weit gekommen, dass ich anstatt Seelen Ruhen sage. Bei Dark Souls. Genau andersrum. Moin Jungs! Wie viele Fürstenseelen hast du eigentlich? Zwei. Ich brauche alle ja. Zwei habe ich schon abgegeben gerade. Ich hatte die von Thief und irgendjemand andern noch gehört. Zwei auf jeden Fall. Diese Area ist unglaublich rot. Das ist geil, ne? Rote Farbe ist schon sick, ne? Der bringt sich jetzt selbst um. Das Wohnzimmer von Heinz und Uschi, Junge. Wir haben an sich nicht mehr so viel, ne? Aber, boah. Oh, Moment, Chat. Das bringt mir gar nichts, dass die goldene Wand jetzt weg ist. Oder? Ich glaube, wir müssen 30 Humanities opfern. Ich glaube, wir müssen 30 Humanities opfern. Weil die gelbe Wand wird ja nicht zu einer Nebelwand, sondern die gelbe Wand verschwindet ja einfach komplett. Und zwischen der gelben Wand und der Nebelwand war ich ja glaube ich schon, ne? Lava-Ring und den Abgrund-Ring, den rüste ich natürlich aus. Wenn ich den brauche. Wenn ich den brauche. Diese Regeln. Ohne diese Regeln schaffe ich ja dann sonst den Wand nicht. Und der ganze Weg nochmal, der ganze Weg nochmal. Der ganze Weg nochmal, nochmal, nochmal. Wieso habe ich diesmal 14.000 Seelen? Warte, ich glaube ich gebe jetzt schon direkt die 30 Menschlichkeit. Für den Shortcut. Ich denke nach, ob da ne Nebelwand war hinter dem Shortcut. Oder ob ich direkt nach Lost Isleuth zu Bed of Chaos kann. Da war keine Nebelwand, oder? Doch, vor dem Tausendfüßler. Ja, den skippe ich ja jetzt mit dem Shortcut. Acht mal zwei sind 16. Ja, und wieder den anderen schlecht gemacht. Was soll ich machen, ne? Was soll ich machen, ne? It is what it is, 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 it is, it is. So, Menschlichkeit darbieten 30. Gib mir dein Shortcut. Und ein Item kriege ich jetzt, ne? Okay, Karosturm trotzdem bekommen. Okay. Gut. Sicker Remix, danke. So, weil jetzt, wenn ich das ja jetzt aufmache, kann ich, wenn da keine Nebelwand nach dem Shortcut kommt, kann ich nach Lost Isleuth zu Bed of Chaos. Und da waren auch ganz viele Items zum Looten. Und dann könnte ich theoretisch sogar in den großen Lava See. Okay. Okay. Sobald ich ne gute Waffe bekomme, eigentlich jetzt, Chat, sobald ich ne gute Waffe bekomme, ne? Und muss ich die eigentlich direkt hochleveln? Und dann hatte ich ja schon den Weg gehabt zu der Höhle von Nito. Da ist ja nur ein riesiger Ornstein gerade. Sobald ich ne gute Waffe habe, die stark ist. Am besten eine Waffe, die, ja, es ist vor allem sich schwer zu kontrollieren. Äh, am besten eine Waffe, die mit Dämon-Titanit oder Funke-Titanit oder sowas zum Leveln ist. Dann bringe ich die auf plus 5. Und dann gehen wir, das war knapp. Und dann gehen wir den Typen töten. Also ich muss ihn langsam aber sicher töten. Weil, ja. Ich habe halt echt nicht mehr so viel Wege. Und kann sein, dass der Boss halt bei Nito, der gerade im Nitos Raum ist, dass der mir vielleicht eine der vier Lordseelen droppt. Fürstenseelen. Die ich ja brauche, um das Spiel durchzuspielen. Oh, da sind echt viele Gegner da. Scheiße. Kann sich noch jemand erinnern, was hier hinter der Nebelwand war? Vielleicht ist da ein Bonfire? Dass ich nicht gleich nochmal laufen muss, wenn ich sterbe? Wir testen es aus, ne? Ach, das war hier. Hier war Kalamed. Wo komme ich hier raus? Ne, mein Drip ist sehr fresh, ja. Dann komme ich hier raus. Und hier komme ich ins, äh, im Asylum raus. Und dann haben wir hier einen Bonfire. Ne, Junge. Oh, what a journey. Und den ganzen Weg nochmal zurück. Dieser Weg ist auf jeden Fall angenehmer als von der Chaos-Tochter aus. Ja, schon ein Zicker-Drip. Die Handschuhe sind stark. Es ist eine Weile her, dass ich Dark Souls gespielt habe. Das ist ein geiles Game. Solltest du nochmal replayen. Was jetzt mittlerweile eigentlich schon in der Asylum-Arena? Ja. Oben, wie auch unten, beide Bosse getötet. Oben war Pinwheel. Und unten war... ein Fire Sage. Ne, unten war Skorpion. Diese Lava-Skorpion. So, lassen die Boys mich durch. Bestimmt tun sie das, oder? Die werden mich nicht angreifen, oder? Die haben mich angegriffen. Jo, da brennt alles nieder gerade. Moin! Und jetzt? Oh, jetzt kommt's wieder in meinen Kopf. Ich weiß immer noch nicht, wie ich vor irgendwie zwei, drei Streams im Gefängnis von den Archiven gelandet bin. Zufällig jemand da, der zu dem Zeitpunkt da war und sich erinnern kann? Wie bin ich in dieses dumme Gefängnis gekommen? Wie bin ich da reingekommen? Ich weiß nicht mal, wo du vor zwei Minuten warst. Ja, vielleicht war das so eine Key-Memory, die sich in deinem Gehirn so eingebrannt hat. Beim Gaping Dragon, maybe. Hm. Hm. Äh, mein Kopf ist so groß, ich kann nicht zielen. Wow! Daran haben die nicht gedacht, dass sie das Spiel gemacht haben? Äh, ich lutsch mir meinen eigenen Schwanz gleich. Das heißt, ich kann meinen Bogen nicht mal benutzen, oder? Das heißt, ich kann nicht mal meinen Bogen benutzen. Also, ich bin schon ziemlich, äh, geschwächt. Was Rüstung angeht. Und dann... Und dann kann ich nicht mal die Waffe, die ich habe, nicht mal benutzen. Ja, einfach No-Scope. Ich wollte halt den, den ganz hinten, diesen... ...Nekromanten dann schießen. Und vielleicht den von hier aus töten. Weil der wird mich, glaube ich, abfacken beim Runden durchlaufen. Der wird die ganze Zeit in Feuer schießen. Kann es noch viel schlechter kommen? Ja, es gibt ja diesen Ring, mit dem ich nur halbe Leben habe. Und hey, ich habe keine Fat-Roll. Das kann auch noch kommen. Ich habe keine Fat-Roll. Und ich habe nicht diesen Ring, der mir halbe Leben macht. Es ist amart. Tü 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 tü. Ha! Hết! Er schießt kein Feuer mehr? Nein, jetzt bin ich durch. Oh, diesmal sterben... Ach, diese ganzen Gegner, die da in der Lava standen, die respawnen gar nicht, ne? Deshalb sind jetzt alle einmal gestorben und das war's. Und Flo Ditora, Dankeschön, für 16 Monate. Ich bin fast tot. Ich habe gerade über Togo Togo Sushi geholt. Das ist eine App, wo man von Restaurants Essen kaufen kann. Kann es über... Vielleicht so fucking viel dafür bekommen, was? Nochmal kurz gleich, muss kurz... in Sicherheit. Wieso sind hier so viele Vanguards und so viele Fernkämpfer? Gab es irgendwo einen Bonfire-Chat? Nee, ne? Nur in der Lava, ne? Ich bin bei Quelagi angekommen! Wer kommt noch von der Olympiade? Ich nicht! Du wurdest bei Stadt-Land-Fluss als Wort genutzt bei Ellie Geller? No way! Von wem? Zabix kennt mich? No way! Als ob der mich kennt. Die Legende. Wo kennt der mich denn her? Das ist schon der dritte Hornstein. Den nimmt den Bogen, Alter. Der hat sogar gesagt, er kennt mich von Twitch. Ach du Scheiße. Ich dachte, das ist irgendwie so ein OG-Zuschauer. Noch Mario Makers seid. Der kennt mich einfach von Twitch. 22 Damage! Woo! Ja, äh... Chat, wir brauchen eine neue Waffe. Er meinte auch irgendwie, du hast voll die große Wurst. Das stimmt. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie er das herausgefunden hat, aber... Das stimmt. Zwei Kurs, bitte! Giftpfeiler? Ich weiß nicht. Ja, ich muss irgendwo eine Waffe herbekommen. Also das ist nice, dass wir... Ja, ich meine, ich denke mal, wir looten jetzt einfach... ...so gut es geht, äh... ...das scheiß Gebiet da ab, ne? Und hoffen, dass ich dort eine Waffe finde. Und dann haben wir zwei Ornsteins hintereinander, die wir besiegen müssen. Einen kleinen Mini-Ornstein und einen riesen Ornstein. Oh nein, Junge. Zeit zum Looten. Warum zeigst du Zabex Wurst und uns nicht? Ich habe ich ja nicht. Das Ding ist, ich wurde vor circa zwei Jahren gehackt. Vielleicht habe ich jetzt den Hacker entdeckt. Das war nicht irgendein, äh... ...Bot aus Russland? Der sich Chris genannt hat? Das war Zabex. Verdammt. Man, schon wieder falle ich hier runter. Was für eine dumme Scheiße. Ist das dumm hier. Wieso gibt es denn den großen und kleinen? Ja, wenn du ja... ...gegen Ornstein und Smaug kämpfst... ...und Smaug zuerst besiegst... ...dann saugt ja Ornstein Smaug auf... ...und wird riesig. Und das ist ja dann quasi auch ein einzelner Boss. Und dementsprechend ist er dann auch im Randomizer. Als... ...Random Boss irgendwo. Also die werden als zwei verschiedene Bosse gezählt halt. Stark, stark. Starkes Gameplay, Herr Streamer. Starkes Gameplay, Herr Streamer. Damit ist der Fall geklärt. Anzeige ist raus. Boah, da tue ich jetzt rennen jedes Mal, ne? Ey, wenn ich wenigstens irgendwie meinen Bogen benutzen könnte... ...um die wegzusnipen und wegzulocken oder so. Aber Däger. Wie? Wie? Da hat sich irgendjemand übergeben oder so? Das ist halt komplett scheiße. Keine Ahnung, was sie sich... Also wie die nicht drauf gekommen sind... ...dass das ein Problem sein könnte. Als ob die das nicht... Vielleicht haben die das absichtlich gemacht. So müssen wir denken, Chad. Weil Miyazaki und FromSoft sind... ...machen nur Meisterwerke. Und das heißt, wenn irgendwas so weird ist... ...ist das nicht ein Fehler... ...sondern... ...es ist gewollt. Es ist eine Idee. Ich hab die alle dahin gelockt. Die gucken jetzt alle in die andere Richtung. Guck mal, die gehen jetzt alle zum Pfeil... ...zu dem Pfeil. Da steht was mit Fluch. Ja, der Fluch ist, dass ich durchgehend Leben verliere. Das ist ja der Fluch. Steht da irgendwas von behinderte Sicht? Eine Schatzkiste annähernden Monsterkopf. Diese einmal... ...verbessert leicht die Seelenaufnahme... ...und das Auffinden von Objekten. Man muss jedoch den Fluch in Kauf nehmen. Ja, der Fluch ist halt, dass ich die ganze Zeit Schaden bekomme. Aber es ist... ...es ist... ...es ist... ...kein der Metachat, weil... ...seht ihr irgendwo Augen... ...in diesem Karton... ...äh, in diesem Karton... ...in diesem Helm? Seht ihr irgendwo einen Schlitz, wo man durchgucken kann? Nein. Das heißt, wieso sollten wir als Spieler... ...bem Spielen auch was sehen... ...wenn wir in Ego-Perspektive gehen? ...Miyazaki ist schlau. Der türkische Olympiadeschütze kommt... ...nächstes Mal mit Truhe. Boah, diese türkische Olympiadenschütze. Ich habe den vor kurzem auf TikTok gesehen. Der spielt CSGO. Der hat einen TikTok-Stream gehabt. Der CSGO gespielt hat. Also ich glaube, er war es. Er sah ziemlich so aus wie er. Und als ich da reingegangen bin... ...in den Chat... ...haben alle geschrieben... ...so was wie... ...boah, das ist doch der von der Olympiade. ...hobber! Hobber! Oh mein Gott! Man ist geschleppt. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Lebe! Darum ist Mirzaki eigentlich der beste Mensch, ja? Das ist crazy, ne? Dass wir in dieser Zeit leben. Wir hätten vielleicht irgendwie 20 Jahre... ...in der Zukunft leben können... ...wo er nicht mehr Spiele macht. Wir hätten auch 20 Jahre in der Vergangenheit leben können... ...wo er keine Spiele noch macht. Ne? Aber wir leben genau jetzt in dieser Zeit... ...wo dieser Mann... ...auf seinem Peak ist. Der hat doch vor 20 Jahren Schott spielt. Ja, der war schon in der Spielindustrie... ...das geht nur nach oben. Das geht nur nach oben. Wir kriegen noch was Besseres. Und dann ist vorbei. Eins kriegen wir noch. Ich bin sehr... ...sehr gespannt, was als nächstes kommt. Ich weiß nicht, ob die direkt Elden Ring 2 machen... ...wenn Elden Ring werden die doch wohl safe nochmal machen. Weil Elden Ring war halt so ein Erfolg... ...die werden das nicht liegen lassen... ...und keinen zweiten Teil machen. Deshalb, ich bin sehr gespannt... ...ob jetzt schon direkt an Elden Ring 2 gearbeitet wird. Oh mein Gott... ...der Feuerball... ...der Leidenschaft. Oder... ...ob die noch irgendwas dazwischen machen. Elden Ring... ...hätte überhaupt keine Lust noch auf... ...doch, noch ein Elden Ring... ...aber... ...mit einer... ...Open World... ...in der Richtung... ...vom DLC... ...und noch viel geiler. Noch viel... ...viel durchdachter... ...noch mehr verstrickter. Das war so geil. Bloodborne waren auch ein Erfolg. Ja, aber Bloodborne liegt ja nicht in deren Händen. Bloodborne ist bei Sony. Genau wie Sekiro. Sekiro liegt bei Activision. Damit haben die ja nichts zu tun. Wenn, dann muss halt Sony oder Activision zu denen kommen... ...und sagen... ...jo, was geht ab? Habt ihr Bock auf den zweiten Teil? Ja, okay, wow. Was soll ich machen, Mann? Stehenbleiben kann ich nicht, weil hinter mir eine Armee ist. Ich komm nicht durch, Mann. Ich muss... Ich überleg schon die ganze Zeit, ob ich irgendwo anders hingehen könnte zum Looten. Aber mir fällt auch nichts mehr ein. Wo könnte ich hin? Wo könnte ich noch was looten? Lost Ice Eleaf ist eigentlich so perfekt, ne? Da gibt es so viele Items. Da gibt es so viel zu looten. Und wenn ich es schaffe, durchzurennen... ...durchzurennen zu... ...in das Lava-Gebiet... ...dann können wir sogar zu einer Nebelwand noch kommen. Erst heilen habe ich schon alles. Also ich könnte halt... ...in das... ...ääh... ...in den Raum... ...vor Nitos Bosskampf... ...da könnte ich halt hin. Aber... ...dicker... ...der wird ja komplett Katastrophe sein. Und dann mit Bogen. Da werde ich kein einziges Item rauslooten. Ich komme nicht drumherum, Chat. Ich muss da lang. Ich muss irgendwie... ...es schaffen... ...da durchzukommen. Eine andere Idee habe ich gerade nicht. ...das Gefängnis. Das Gefängnis von... ...das vielleicht. Das Gefängnis von den Archiven. Da war ich ja auch einmal kurz drin. Die Barrieren sind verschwunden, ja. Wo jetzt... ...äh... ...vermutlich... ...der Weg von Capra, die man aus... ...zeigen könnte. Da könnte ich... ...glaube ich... ...easy hin... ...zu Capra Demon. Und das Gefängnis mit Bogen... ...ist auch nicht ganz so schlimm... ...glaube ich. Ich glaube, Neulondo geht mit Bogen auch... ...wenn du nicht siehst... ...auch wenn du nicht siehst. Ne, Neulondo komme ich nicht durch. Ich brauche da eine Waffe. Ich brauche eine Waffe, die mehr als 5 Damage macht. Weil da sind ja so... ...super viele Gegner, die den... ...die... ...den Eingang blockieren. Ich bin das erste Gebäude in Neulondo... ...und ich komme denen nicht vorbei. Wenn ich kein Damage mache... ...kein Damage mache... ...und mit Pfeil und Bogen die anschießen... ...kann ich auch nicht, weil... ...ich nix sehe. Ja. Okay, let's go. Let's go. Nooooooooooooh! Ich bin so do-gut durchgekommen, ne? Halt deine Fresse! Hör auf ihn zu schlagen! Ich schlag gleich zurück! Vielleicht, wenn ihr eigentlich essen würdet, würde ich auch die Schnauze halten! Ganzen Tag nichts gefressen, die scheiß Freaks! Heute Diva-Modus! Hast du eigentlich einen Spoiler-Log? Äh, bestimmt, aber... Ich brauch den an sich gerade nicht, weil ich brauch ja Items! Und ich weiß ja, wo Items sind, aber mein Problem ist ja gerade das Überleben auf dem Weg dahin! Okay, das war wieder clean! Und ich hasse diese dumme Scheißmuschel! Ficken soll sie sich! Viel Schaden macht der Staat! Boah, der Chat ist gar nicht so bad! Alter! Okay, Abfahrt! Meinst du mit Gefängnis eigentlich das Archiv? In den Archiven gibt es ein Gefängnis, ja! Obwohl ich die Waffe nicht benutzen kann, mach ich trotzdem mehr Schaden als mit dem Boden! Was brauchen die Waffe? Zwei Intelligenz mehr! Hm! Was ist, wenn ich mich... Bist du da in der Zelle geportet worden oder wohin genau? Ja! In die Zelle reingeportet! Also quasi... Ähm, wenn dich Thief gefangen nimmt... Ist ja quasi auch ein Nebelwand-Porter, wer oder was auch immer... Warp-Punkt! Stark! Nee, ist ein Beschleuniger! Beschleuniger! Zinn-Beschleuniger-Gedöns! Zauberstab halt! Ist ein Zauberstab, den du auch als Nahkampfwaffe benutzen kannst! Wie ein Speer! Zack! Zack! Okay, von hinten kommt jemand! Scheiße! Ich lauf lieber! Wie weit läufst du mir hinterher? Ah! Ah! Oh Gott! Ja, das sind alles Crystal-Lizzards, ne eigentlich normalerweise! Oder was heißt alle? Ich glaub es sind zwei Stücke oder so da unten! So! Da wären wir wieder! Naja... Naja, die meisten waren Sonnenmahnen! Ich versuche nicht nach oben zu rennen! Ich bleib unten! Und ich spring ins Loch! Und ich spring ins Loch! Ich spring erstmal ins Loch! Und loote die Scheiße erstmal hier raus! Und vielleicht finde ich hier irgendwas brauchbares! Das geht, oder? Ja! Ja! Was machst du denn hier? Ist der mit runtergekommen oder was? Okay, jetzt Chat! Sieht machbar aus, ne? Ich darf eigentlich mir nicht so viel Zeit lassen, weil ich die ganze Zeit durchgehend Leben verliere Ja, ich hab's auch nie probiert gerade das erste Mal So, und jetzt verliere ich durchgehend Leben wegen diesem super tollen Helm Und wenn ich jetzt hier reingehe, werde ich auch noch vergiftet Boah, ist das ein geiles Scheiße, Alter Boah Mann, ey Ist das nice Und dann kriege ich auch noch von den Gegnern doppelten Schaden weil ich so einen tollen Ring ausgerüstet habe Mann, ist das eine coole Challenge Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaah Aaaaaaah Ja, lass mal was Neues probieren Lass mal was Neues probieren Diese dreckigen scheiß DLC-Hunde Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ficker Mein Akku ist leer Schwanzgame Schwanzchallenge Schwanzhelm Dieser Schwanzring Dieser Schwanzbogen Ich bin in der Hölle Dieser Schwanzhund Wo kommt die dumme Scheißfliege her Wenn ich schon mal hier bin Check ich mal Kurz den Shop ab Oh, der ist jetzt weg Wahrscheinlich, weil ich die Glocke gebimmelt habe Ist er jetzt weg Cleaner 100 100er Schaden Das heißt, er sitzt jetzt Am Pfeiling Schrein Und gibt uns vielleicht was Neues Geiles Ich finde es interessant, wie die Late Twitch auf dem Fernseher ist Einfach 5 Sekunden im Gegensatz zu meinem PC Wenn du Probier mal an der Konsole An der PS5 oder so Ja, den Ring siehst du anhand Diesem leuchtenden Ding über meinem Kopf Hab den immer noch Ja Auf der Konsole läuft gerade noch Selin Ja Oh, da ist ein Wurm Kann man das Gier vom Gegner bekommen Bin ich mir gar nicht sicher Da bin ich mir gar nicht so sicher Hey Banger Dankeschön für sieben Monate Hi Ok, nee, dann war es das nicht Dann habe ich keine Ahnung Wie ich zu den Archiven komme Wie komm ich Zu den Archiven Ah, ah, ah Ah, ah Achiven Ich habe absolut keine Ahnung, wann das war. Absolut nicht. Absolut nicht. Lefter Random ist ja gerade bin ich an einem Punkt angekommen, wo es echt schwer ist, voranzukommen. Weil alles einfach gerade gegen mich spielt. Ne, Seaf Raum bringt mir nichts. Ne, ne, in dem Raum ist man nicht stuck. Da ist sein komisches Ding, da kann man sich wieder weiter torten. Aber ich weiß nicht, wo ich da rausgekommen bin. Ich glaube, wenn du... Ne, ne. Durch den Wald komme ich bei Seaf raus und durch das Ding, was in dem Raum ist, wenn ich das benutze, komme ich in der gemalten Welt raus. genau. Was habe ich denn noch für Möglichkeiten, Mann? Was habe ich noch für Möglichkeiten? Wir gehen mal kurz zum Firelink Shrine. Und mal gucken. Ich habe extra die VODs abgegrast, aber nichts gefunden. Ja, das Ding ist, ich war da nur ganz kurz drin. Also wenn man das irgendwie so durchskippt, das VOD, das ist wahrscheinlich schwierig zu finden. Weil ich war da wirklich nur... Ich bin reingekommen, bin da hingeportet und bin irgendwie 10 Sekunden, 20 Sekunden, innerhalb von 10, 20 Sekunden, glaube ich, direkt gestorben. Weil ich einen Zauberstab hatte und mit mir im Knast bei irgendeiner Schlange oder sowas, die mich direkt getötet hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, wir kommen später, wenn ich halt eine Waffe habe. Und dann habe ich sie irgendwie komplett verdrängt und wir sind dann nie wieder hingegangen. Ich verkauf da einfach eine Scholle, Alter. Oh, guck mal, hier ein Hut-Chat. Für 5.000. Dann habe ich dieses Ding auf meinem Kopf los. Da habe ich auch schon überlegt, zwei Level zu machen für den Stab. Dann könnte ich auch zaubern. Aber ja, weiß nicht, ob das so worth ist. Nein, nein, ich meine schon in der Zelle. In der Zelle, wo du da ausbrechen musst. Ich meine schon in der Zelle. In dem Raum, wo die Kammer ist, die weiß ich, wie ich da hinkomme. Ich weiß, glaube ich, Chat, wo vielleicht die Archive sind. Ich glaube, ich weiß es. Ähm... Der Eingang zum Taurus-Dämon von der Brücke aus. Ich glaube, da war es. Der Eingang zum Taurus-Dämon von der Brücke aus. Der Eingang zum Taurus-Dämon von der Brücke aus. Der Eingang zum Taurus-Dämon. ращ TRUS-Dämon von der Brücke aus. Was machst du da? Äh, ich mache kurz 2 Level. Damit ich den Stab benutzen kann. Oh ja, die Seelen Wahrscheinlich hinter der Wand sterben Gegner Die die ganze Zeit runterfallen oder so Da ist ja das Lustige beim Randomizer manchmal Dass solche Situationen entstehen Jetzt eine Stunde Anime-Openingsrad Ich hab Resistenz gelevelt Dann müssen wir nochmal kurz machen Ist so wie ich sagte beim Taurus-Team Ah, okay Okay, nice Da können wir dann gleich hin Vielleicht haben wir sogar den Schlüssel für die Tür Riesenzellenschlüssel, ja Hab ich sogar schon Können sogar raus aus dem Gefängnis Dann landest du in Priscilla's Arena und dann jumpst du ins Ah, so kam ich auch hin zu Priscilla Okay, sick Weil die müssen wir auch nochmal töten So, Intelligenz So, ich kann den Stab benutzen Und jetzt können wir noch gucken, ob ich irgendwie Zauber reinpacken kann Zu wenig Zauberer ist, Lotz Ja, scheiß drauf Hauptsache ich mach Schaden Ähm 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 Ne, da muss ich hinlaufen, ne Ne, warte, doch Hier, Sonnenlicht, Alter Wann ist der Eid weg? Was meinst du? Ähm An Priscilla's Stelle ist so ein Mausoleumswächter Und da oben, by the way, Chat Four Kings Four Kings ist weg Hä? Einer der Four Kings war anstelle des Drachen da oben immer Achso, wahrscheinlich, wenn man ja unten spawnt Dann ist der Willwand gar nicht da Der kommt ja gar nicht dann Ich dachte schon, irgendwas passiert, der ist gestorben oder so Gestolpert, von da oben runtergefallen Wer soll da ohne Beine stolpern? Ja, du siehst einfach nur seine Beine nicht Moin Meister So Und hier sind wir jetzt im Knast Nice Okay Dann lass uns mal hier looten Ich verliere schon mal nicht Mehr durchgängig leben Okay, ich glaube, die zwei Punkte Intelligenz haben sich nicht so sehr gelohnt Ja, vielleicht ja schon Vielleicht ja schon Ach, was machst du denn hier? Ich meine, es ist nicht viel Damage, aber Ich kann damit wenigstens Gegner töten Er macht es mit seinem Kopf Kopfarbeit Achso Ah, okay Geil Stark So, ich kann direkt flüchten Ich habe schon den Dingens Aber da unten waren ja Items, ne? Das wäre so cool, wenn die Cutscenes nicht so kaputt wären Bei den Randomizern Das wäre so nice, wenn da wirklich so ein Wenn die alle normal aussehen würden Nur halt irgendwie die Animationen verkackt sind oder so Aber dass die dann halt so komplett Die Texturen komplett arsch sind Das ist echt schade Das wäre echt funny eigentlich Nein, wir brauchen keinen Red Stevens hier Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Hat das Rad den Hebel betätigt? Das ist ja voll funny Ich sag das einfach nur ein random Skelett Aber das war einfach das Rad Flammenglut Flammenglut Ich habe eine Flammenglut Brückt mir zwar nichts Aber ich habe eine Flammenglut Bestimmt kriege ich irgendwann auch mal Irgendwann mal Bestimmt kriege ich Endlich Die große Glut Dass ich Waffen höher machen kann als plus 5 Irgendwann bestimmt So Schaffe ich da in diesem Partyraum jetzt Irgendwie durchzukommen? Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt was machen kann ohne Guck mal, das ist ein Item Ich droppe der Endboss Ja, das wäre stark Der hinterher kommt jetzt Bleib doch da oben Besser als gar kein Damage Besser als gar kein Damage Ja, ich habe keine Zauberer Slots Ich kann keine Zauberer ausrüsten Ja, ich habe keine Zauberer ausrüst inteligente Ich habe keine Zauberer ausrüst Wenn du unter 10 Dingens bist, glaube ich. Unter hier 10 Zauberei bist, genau. Unter 10 Zauberei bist, dann hast du keinen Slot. Wieso kam der jetzt raus? Gameplay. Dieser Run ist so fürchterlich. Junge, der ganze Dark Souls-Stream heute ist einfach eine reinste Katastrophe. Ich kriege einfach nichts. Mir wird einfach nichts gegönnt heute, ne? Also von vorne bis hinten, einfach nur Arsch. Ich weiß nicht, ob in jeder Zelle irgendein Item liegt. Kann ich überhaupt Zellen aufmachen? Okay, ich dachte, ich kann die aufmachen. Doch, geht. Aber wahrscheinlich nur bestimmte Zellen. Jetzt geht der Spaß wieder los. Kein Schaden gemacht, oder? Doch, 25. Alles klar, woo. Letzt. Ich gucke noch die sind, da den 3-6. Mit dem 3. Perf wäre genau sie제가 refused. Ah! Ich gucke auf die 1. Oder verruft einem 3-6. Ich komme spiel auf den 3-6. Okay, aber ich mache mich closer und habe in einem der 5. sehr gerne eine Solidarität. Okay, ich weiß es mir wohl procedon. Das ist ja das 2 und 3 zu 3. Und dann er warst da einfach 100. However, ich weiß ich selber mit dem 4x und sens kabinale haben. jetzt stirbt doch endlich jetzt kann es kann doch schlimmer werden es kann doch schlimmer werden zum glück habe ich zwei intelligenz gelevelt damit ich meinen coolen sperr benutzen kann ach nee kann ich ja gar nicht mehr ist weg so könnt ihr mal rauskommen ja es kann schlimmer werden ich menschlich hätte jetzt eine fat roll das wäre richtig schlimm was eine party hier drin schnell looten du schwanz guck wie knapp Junge Meter halt wirklich er hätte sein arm ausstrecken können hätte das item haben können dieses rote leuchtende Auge das wird mich in meinen Träumen verfolgen und Jungs einmal kurz hier hallo 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 schade kurz einmal kurz so ja nein Moment MOMENT wie wärs mit ein bisschen Musik steht ihr auf Musik steht ihr auf Musik zwei Gegner in diesem Raum müssten auch Items droppen ich glaub nicht dass ich dort irgendeinen Gegner besiegen kann in meinem momentanen Zustand need Conservation Das ist oh chat neuer bogen herr voll cool moment stil ich habe bringen bekommen moment ja recht ich habe bringen bekommen moment moment es passiert wirklich das was vermutet wurde ich hätte jetzt in los loswerden können den scheiß ring des unheils hätte ich jetzt den opferring gekauft hätte ich jetzt den opferring gekauft hätte ich den aufbewahrt bis jetzt dann hätte ich jetzt diesen scheiß hier weg naja was soll es ich meine ich habe eh noch keine vernünftige waffe mit der ich kämpfen kann also ist das nicht ganz so schlimm wenn ich die ganze zeit so viel schaden bekomme oder bin eh nur am weglaufen habe ich nicht den schlüssel ist das noch mal ein anderer schlüssel daneben das ist doch doppelt schlimm nein es wäre ärgerlich wenn ich die ganze zeit coole waffen hätte aber nicht vernünftig kämpfen kann weil mich alles wandte aber ich krieg die ganze zeit in schweiß waffen also es ist gar nicht so bad also es ist natürlich dieses bad es ist natürlich katastrophal bad aber ich versuche halt gerade ein bisschen positiv zu denken äh ich treff's nicht das heißt der schlüssel den ich hatte der riesenzellenschlüssel heißt war nur für da unten ich dachte der ist halt für oben hier gedacht wie heißt denn der schlüssel hier oben chat weiß jemand den namen von schlüssel ich mache mit der statur ist das zufällig archiv zellen extra schlüssel heißt er so großes zentral tor oder so wofür ist denn dieser schlüssel nochmal für die anderen zellen hier ja ok ist hierfür kann sein dass da ein item ist aber ich komme an der katze nicht vorbei die ist zu groß die ist leider zu groß oder hierfür ist er hierfür ist er ok uchi katana uchi katana let's go let's go null damage run ja ja ich glaube der zauberstab vorhin hat mehr damage gemacht ich bin ein ninja ich bin ein ninja yeah jetzt müssen wir wieder bury the light anwarten und ja ich habe den schlüssel für oben bekommen jetzt ich kann die waffe auch nicht upgraden also kann ich schon auf plus fünf und das war's weil ich habe immer nur keine glute bekommen soll ich mal kurz rein gucken hier ist nichts ne miau 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 aber hey die macht blutung blutet kann ornstein bluten miau 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 oh leute lasst mich doch mal lasst mich doch mal kurz hier upgraden oh mein gott der lässt mich nicht oh man ja dann grade ich halt nicht meinen uchi katana ab damit ich fünf damage mehr machen kann dann gehe ich halt weiter er kann bluten irgendwie ich meine ich habe mit uchi katana ihn bekämpft und ich habe nicht diesen ultraschaden äh ultraschaden diesen blutschaden gesehen ja ohja ohja ahja ohja um um Sollte, dürfte eine große Resistenz haben. Mann, freue ich mich jetzt auf die Archive. Die voll sind mit komplett katastrophalen Gegnern. Das wird toll. Big Boy, 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 Big Boy. Arschloch. Hast du es bald geschafft und einiges noch von dir ist. Das kommt auf das Glück an, was ich so loote. Kann es bald enden, ja. Ich muss halt zwei bestimmte Items finden. Wenn ich die gefunden habe, kann ich die straight up zum Endboss. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Irgendwo ist noch ein Vanguard hinter mir gewesen. Da ist er. Da ist er. Arschloch. Mir kommt so vor, dass wir eine unendliche Reise. Und da ist unser Anime-Song Ace. Das ist unser Anime-Song für unsere unendliche Reise. Die Reise zu gewinnen. Ich habe heute immer noch nicht gewinnen und nicht gesehen. Wo betreibt sich gewinnen rum? Dafür haben wir aber zwei Manusse gesehen. Aber keinen einzigen Win. Привет. Probe. Mamma mia, Mario. Daneben. Versager. Als ob der da oben steht. Als ob der so ein scheiß Magier jetzt da oben steht. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch diesen billigen Magier an. Okay, let's go. Ich weiß nicht, ob es hier in dem Raum Items gibt. Du hast einen noch billigeren Magier. Ja, das stimmt wohl. Imagine, was das für ein schöner Archive wäre. Würde es dir nicht den scheiß Magier geben. Weißt du, du hast schon hier auch in Vanilla diese nervigen scheiß Magier. Das war zum Beispiel ein Magier. Das war zum Beispiel ein Magier. Dann wäre es einfach nur eine Library. Ja. Ich spiele hier in Randomizer. Ich erwarte, dass ich hier etwas gerandomized bekomme. Und nicht dieselben Gegner nochmal. In der selben Stelle. Ich hatte gehofft, eine geile Archive ohne nervige Magier. Aber nein. Aber nein. Verdiene ich einfach nicht. Da oben ist jetzt eine Nebelwand, ne? Moin Brudi, wo bist du? Ja, bist du. Was hält der von meinem Gargoyle-Schild? Was hältst du davon? Was hältst du von meinem Schild? So. Arschloch. Hallo? Oh. 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 Du bist ein Loser! Lass die Schnauze! Ich krieg doppelten Schaden, okay? Äh, Katze? Miau! Ist immer noch nicht da! Leck! Leck Eier! Leck! Leck! Leck Eier! Der kann ich essen! LOL! Waffe in Gefahr! Stark! Rüstung zerbrochen! Kann ich reparieren? Ich kann unterwegs nicht reparieren, ne? Ja! Ja! Yippie! Ähm... Uru, 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 uru! Das geht ab 8-Tracks! Bist du wieder zuhause von der Gamescombe? Wie war die? Hast du geile Leute kennengelernt? Hast du Monster Hunter Wilds gespielt? Hast du Monster Hunter Wilds gespielt? Ja! 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 Da hab ich viel Scheiße gesammelt! So! Ich glaub, oma ne mein Shit hätte ich sogar jetzt ne Fast Roll, ne? Äh, ne, kein Upload. Ich hab keine Antwort bekommen. Wegen Placement. Ähm... Ich bin aber auch dumm. Ich hab halt ja Samstag das Video... Samstagmorgen das Video geschickt. Anstelle ist direkt... Irgendwie Donnerstag oder so. Und die haben da wahrscheinlich, äh... Am Wochenende nicht gearbeitet, ne? Ja, ich vergesse, morgen Abend oder so, dann kommt das Video. Ich kann dir sagen, so offen zu fremden Leuten und so viel Riz gezeigt hab ich noch nie. Moment, Riz? Hast du, äh... Hast du ein Gamescom Girl geklärt? Dieser dumme Wichser! Ich fahr zu ihm nach Hause! Und scheiß ihm! In seine Sockenschublade rein! Hab mehrere Instas bekommen und äh... Discord-Freundschaftsanf... Alter! Arthrax hat einfach ne Backstage-Orgie gefeiert. Entschuldigung... meemeem lerrm lerrm lemmet... Miminum mano... Mimuma... Mimumma, marira maaaa... Mimuma, marira maaa... Madagascar... Fuck, er ist schon hier. Wo kommt der Skelett her? Entschuldigung. Ich dachte, der kommt mit. Mein Comeback-Arc startet wieder, nur damit ich wieder Trauma davon ziehe. Nein, alles wird gut. Schickt zu Papa Kegi und ich check ab. Okay, letztes Mal hat Papa Kegi auch nichts gebracht. Scheiße. Was war das für ein Deutsch, lol? Was mache ich? Jet, was macht ihr mit mir? Lass ihn runterfahren. Ich will ihn ja töten, weil er droppt was. Sonst hätte ich auch einfach hoch zum Nebelwand laufen können, ne? Oh, seine Rolle ist so stark. Er fällt einfach. Er fällt einfach nur hin. Er schmeißt sich nur auf den Boden. Er schmeißt sich nur auf den Boden. Frage, wieso darf ich eigentlich Gamepads in meiner Hand halten? Also das, was ich hier mache, sollte doch eigentlich verboten werden, Gamepads in der Hand zu halten, oder? Also Leute, die das hier machen, was ich hier mache, die sollten eigentlich nicht Gamepads in der Hand halten dürfen. Die sollten eigentlich Gamepads-Verbot haben. Ist das ein PS5 oder PS4-Controller? Äh, oh ja. Äh, Stadia. Google Stadia-Controller. Item. Ring! Ich hab'n Ring! Gekommen. Finally. Finally. Ich krieg' keinen doppelten Schaden mehr. Es geht nach oben. Es geht bergauf. Kein doppelter Schaden mehr. Oh mein Gott. Guckt euch an. Die machen gar nichts mehr. Das ist ja lachthaft, was die da machen. Das kitzelt ja. Ich bin unsterblich. So, jetzt geh' ich Revanche. Revan- 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 Wie viele Muscheln gibt's? Alle. Einfach wieder Easy-Mode aktivieren. Was für Satch! Satch! Was für Satch! So, jetzt kann ich mich auch trauen, normal zu kämpfen. Wie ein Macher ich bin. Wie ein Kämpfer ich bin. So, seht ihr? Pariert. Chat, bin ich gerade irgendwie betrunken? Oder ist das Spiel irgendwie ein bisschen blurry geworden? Ich fand den dringend super, drauf zu lügen. Okay. So, jetzt kann ich mich auch mit dem Rücken zu ihm stehen. Lol, Opfer. Lol. Lol. Ich hab ihn gleich, okay? Hey, das Spiel ist doch irgendwie blurriger geworden. Beim Bewegen. Seh ich dir das nicht? Weiß ich, hätte ich jetzt irgendwie so einen extremen Motion Blur. Doch schon, ja, ne? Das war doch vorher nicht so. Ich hab einfach nur einen neuen Ring bekommen. Guckt euch das an! Hä? Hier ist ja noch ein Gegner. Pilze können bluten. Stark. Ne, ich hab das Item nicht genommen. Ohohohoho! Hat der ein Item gedroppt? Der hat kein Item gedroppt, oder? Der hat kein Item gedroppt. Wir sind alle müde und sollten schlafen. Wir sind alle müde und sollten schlafen. Wir sind gerade im Redemption Arc. Wir sind gerade Comeback. Jetzt wird es sehr spannend. Alles nur auf hier hinten zugearbeitet. Okay. Er ploppt einfach raus. So. Wo komm ich hier raus? Ich sag, wir kommen in eine Arena raus von... Ziegendämon. Anolondo? Ich darf mal nach Anolondo? Nein. Das ist doch hier Betrug. Als ob ich nach Anolondo darf. Wir sehen mal was Neues. Nein. Das ist nicht mein Randomizer. Fake-Stream ist auf Video. Deliberatet! Okay. Ja, deliberatet. Junge, so gute Laune direkt. Einfach geil. Einfach geiles Leben. Du kannst noch Solaire retten. Habe ich den Käfer getötet? Also das Pendant zum Käfer? Ich glaube nicht, oder? Zum Leuchte-Käfer. Ah. 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 So. Stirb. Brenn in der Hölle. Brenn. Brenn in der Hölle. Boah, ich krieg noch nen Ring, Chat. Und ich hab ne Krone. Jetzt kommen alle Ringe. Ich muss nur ne geile Waffe finden, Chat. Sobald ich ne geile Waffe finde, beginnt die Boss-Schlochdung. Dann beginnt die absolute Boss-Zernichtung. Boah, jetzt noch so ne Uzi in der anderen Hand? Ich würd hier einfach hier... Ich würd hier einfach Rappels spielen. Zip, 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 zip. Ach du Scheiße. Wieso muss der DLC-Gegner hier sein? Große Pfeile machen großen Spaß. Falkion. Falkon. Falschon. Falschion. Falschen. Falschion ist richtig gut. Ja, es ist richtig gut, wenn wir es noch hätten. Und es wäre auch nur gut, hätte ich es upgraden können. Ich kann Waffen immer noch nur plus 5 machen. Na. Das ist eine Problemo. Die wir haben immer noch. Juhu. Führ mal tief Feuer. Juhu. Ich hab ne F... Ne. Ich hab das schon fast rollen. Ich hab in Falkion PvP-Invades mit Dark Moonblade gemacht. Und hast du dir einen Mütter gefickt. Ich hab nur gewonnen. Kannst du nicht plus 5 infusen? Äh, theoretisch. Aber dann kriegst du ja eine andere... Ich bin ja auf Stärke. Dann kriegst du ja andere... Ne. Du weißt schon. Andere Liebe. So, wir können zum Schmied gehen, Chat. Meint ihr, das war hier ein Tandle-Chat von FromSoft? Dass man da so rüberjumpen kann. Das ist halt so eigentlich... So ein Common Skip, ne. Jeder... Jeder, der halt Dark Souls irgendwie gespielt hat... Benutzt den immer, ne. Als wäre das irgendwie so gewollt. Boah, Damage. Pork. Schade, ich wollte rüberspringen. Das Spiel hat keine Fehler, nur Features. Ja, Fehler würde ich ja nicht sagen, dass es... Also, wenn es nicht gewollt ist, würde ich auch nicht sagen, dass es ein Fehler ist. Ist ja cool, wenn man so Skippe skippt. Skippe skippt skippt. Aber ja. Der hat mir mein Arschloch geschlagen. Oh, oh, oh. Skibbidi. Skibbidi. Skibbidori. Skibbidori. Skubbidori. So, den wollte ich machen. Hat irgendwie nicht funktioniert. Oh! Maske des Vaters. Maske des Vaters. Maske des Vaters. Maske auf der Vorder. Schlange! Na, warte! Oh! Talimas Mann. Ich habe einen Talimas Mann bekommen. Ich habe kein Schild mehr. Das sind nicht die Subs, das sind die Tode, ja. Ich habe da noch nicht hingeschrieben, dass sie Tode sind. Aber jetzt, wo du sagst... ...glaube ich, ist das wirklich weird. Weil jetzt stelle ich fest, stimmt. Viele Streamer haben diese Zahl da so eingeblendet für ihre Sub-Counter. Und jeder, der hier reinkommt, stellt es wahrscheinlich gar nicht in Frage, ob das Subs sind oder ob das Tode sind. Also, sondern nimmt das wahrscheinlich einfach als Subs wahr. Aber es ist meine Tode, verdammt. Was macht ein Taurussi hier? Kann ich bitte einfach zum Schmied gehen? Er tötet meinen Taurussi. Schmied! Okay, ich kann nicht gegen den. Ich kann nicht zum Schmied. Wenn er versucht, mich anzugreifen, dann trifft er den Schmied. Und wenn der Schmied stirbt, habe ich ein Problem. Und Cesarius, Dankeschön. Es sind keine Subs. Oh, die dritte Chats! Eine noch! Dämonen-Hammer! Okay. Die Boss-Schlachtung kann beginnen. Let's go! Da ist der Kick des Gottes. Da ist der Hammer gegen die Wand Gottes. Okay, let's go! Was brauche ich für geile Steinchen? Was haben wir gefunden? Äh, Fürstenseele. Du brauchst, um Dark Souls 4, äh, 4, Dark Souls 4, um Dark Souls 1 durchzuspielen, ähm, musst du so vier Fürstenseelen finden. Das war jetzt meine dritte. Boss-Schlachtung beginnt! Willkommen in der Boss-Schlachtungszentrale! Kleine Sch- Kleine Sch- Oh, nein! Es werden keine Bosse geschlachtet. Ich habe dich gesehen, du da. Ich dachte, dass es eine Dingenswaffe, Chat. Ne, Dämonen-Titanit oder so, Waffe. Aber ich brauche dafür... Oh, nein! Oh, nein! Warum keine Schlachtung? Ja, weil ich es nur plus 5 machen kann. Das war's. Also, ja, wir können es trotzdem versuchen, aber es wird halt keine... Ich werde jetzt nicht extrem Schaden machen. Oh! Weil wenn es jetzt schon so eine Dämonen-Titanit-Waffe hätte, dann hätte ich sie jetzt quasi auf ihr Max-Level bringen können. Aber so kann ich sie nicht auf Max-Level machen. Was mache ich hier eigentlich? Ich mache einfach den hier, Chat. Kann man sich gar nicht nach unten porten? Zu der Tür? Und... Ja, mal gucken. Vielleicht macht sie trotzdem guten Schaden. Auch nur plus 5. Roba! So. aber der chat der riesen riesen wichser wollte ich sagen der riesenritter der riesen schmied der kann nicht waffen plus zehn machen oder denkt doch mal nach wo hat er wohl den pappsteller von miyazaki her ich habe foto von ihm gemacht wir sind baris best war es doch kann er dann hätten wir die waffe auf plus zehn aber dann muss ich halt den arschloch loswerden da ich kann mich nicht nach annuland oporten stimmt es gab in annuland nur das eine bonfire zum teleportieren zu dem oberen konnte man sich gar nicht porten warte lass lass mich kurz überlegen wo wollte ich noch mal hin wo wollte ich noch mal hin ony chan dankeschön für den raid und grüße hallo hallo rein wollte ich das stimmt ich wollte rein und rein ist rein ist rein ist hier rein war hier dann hier und dann hier war rein so äh das tragen gar drei song ja yo killer queen gute nacht so boss schlachtung wir probieren mal boss schlachtung ja ist solide damage ist guter damage sogar auch wenn sie nur plus fünf ist guter damage nehmen wir sollte ausreichen um ornstein meine kleine bitch zu machen wir laufen nämlich jetzt wieder komplett nach lost islef zu der nebelwand von bed of chaos und da beginnt die schlachtung die ff 13 trilogie spielst du momentan bei welchem teil seid ihr 1 post game äh ne gemalte welt gibt es für mich nichts zu machen also ja wir können theoretisch mausi besiegen in der gemalten welt ansonsten was ich habe keine fancy 13 musik gerade die ist an sich ganz geil teilweise wild aber geil ich darf eigentlich keine gegner töten boah ornstein mit dieser rolle chat ornstein mit dieser rolle wird das spaß auf spaß oder spaßi spaß sein kinky wird das sogar sein wir sind dreimal was wir sind bis dreimal gekommen und sind bei drei mittendrin gequittet also haben wir von vorne angefangen redest du mit mir achso vor allem wenn sie 13 drei was meinst du mit drei ja bei drei quittieren kann ich verstehen drei ist echt weird ich dachte es gibt nur zwei nee der dritte heißt halt nur nicht drei sondern heißt lightning returns ich hasse videospiele ich wollte eigentlich ich habe mir vorgenommen 224 aufhören videospiele zu spielen und ins immobiliengeschäft einzusteigen und ein paar immobilien zu kaufen und jetzt sitze ich hier wäre die richtige wahl gewesen ja ich hätte immobilien kaufen sollen hast du da tipps für uns nein ich verrate doch nicht meine geheimen tipps beim immobilienmarkt immobilienmarkt ha 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 da gesang gerade ihop Yo, Frey. Gute Nacht. Ciao, ciao. Das ist die ganze Zeit so. Ich hab da nicht so krass drauf geachtet. Moin. Da will er mich aufgabeln. Da will er einfach den Arthrax machen und den Gamescom Riz rausholen. Und ein bisschen aufgabeln. Hätte Arthrax auch mal ein Insta gegeben. Ja, kannst du immer noch machen. Schick. Ich glaub, das wird gleich keine Schlachtung, Chat. Ich glaub, das wird wirklich gleich eine Schlachtung vom Boss aus an mich. Ich weiß nicht, wie ich gleich Ornstein damit dodgen soll. Und ich hab auch kein Schild. Ich kann nicht einfach tanken. Ich hab kein Schild. Ey, dieser dumme Hammertyp. Ich seh nichts. Da ist ne riesige Menschlichkeit. Ich hab' nie gehalten. Ich werde nur mit dir bezahlen. Ich hab' nichts gehalten. Und ich hab' nichts gehalten. Ich hab' ne riesige Handlung zu schuldet. Wie nah haben wir Neulondo für... Was haben wir mit Neulondo für einen Boss besiegt? Ich bin heute die ganze Zeit mit diesem scheiß Doppelschadenring rumgelaufen, wie so ein Vollidiot. Oh, wir hätten noch Manus, ich könnte auch noch Manus bekämpfen. Wir haben hier... Wir haben momentan zwei Ornsteins und einen Manus im Angebot. Achso, nein, ich will keine Gebiete machen. Weil dort muss ich looten. Und looten bedeutet, ich verliere den Hammer. Und solange ich den Hammer habe, können wir vielleicht irgendwie versuchen, ein paar Bosse zu machen. Hä? Der Bray sitzt hier. Ja, sich nicht treffen zu lassen bei dem hier, ist ein bisschen schwierig. Timing ist alles. Du bist smart, du hast recht. Ich schaffe das. Verziehe dich! Der verzieht sich ja immer noch nicht. Das ist Dark Souls Comedy. Das ist einfach Dark Souls Comedy. Wow, ich kann nichts hier durch ihn sehen. Jet, läuft das Spiel wieder in 30 FPS, wenn ich dort bin bei euch? Ich hab die Tode nicht gezählt. Ich hab die Tode nicht gezählt. Allein heute schon fast 100 gemacht. Und ich merke das langsam an meiner Psyche. Diese Tode tun mir nicht gut. Diese Tode tun mir nicht gut. Ja gut, aber alte 4 ist auch kein nices Game wie Dark Souls. Dark Souls, da macht ein sterben Spaß. Siehst du nur den Spaß in meinem Gesicht? Das ist ja was anderes. Ventaler Zerfall ist noch stabil. Ist noch stabil. Skala von 0 bis 100, nur solide 23. Ja, zu Gollum, das ist Gollum, Gollum Modus ist ab 20. Deshalb da haben wir die 20er Marke geknackt. Okay, ich hab's, Jet. Jet, ich hab's. Er kommt, der Hammermann. Quyllano. Quyllano. Quyllangi! Quellano! Quellangy! Das Glück gehabt. Oh, 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 das ist ja mal Lava. Jo, gute Nacht, Uni. Und danke nochmal für den Raid. Oh! Die lässt mich nicht ran. Oh! In Richtung. Ich meine, das ist auch ein gutes Schwert. Aber ja, ist halt jetzt plus... Plus Null, ne? Es ist auch keine schlechte Waffe. Aber es ist halt plus Null, ne? Es ist halt keine schlechte Waffe, ne? Aber es ist halt plus Null gerade. Aber es ist halt keine schlechte Waffe, ne? Die Rolle ist auf jeden Fall besser. Oh! Pft, 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 pft! Oh! Das war kein richtiger Treffer, oder? Das Chat, das war einfach nur kein richtiger Treffer. Chat, das war doch einfach... Ich glaube, ich habe einfach nur ganz mit der Spitze getroffen. Habe ich nicht mit Bogen 22 damage gemacht? Oh, was du mit Bogen 22? Oh! 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 Ich hab das noch nicht mit dem Operator. Oh! 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 Scheiße, ich wollte kein Doppelballon machen. Er macht noch einen, lol. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ja, vielleicht gehen wir doch ein bisschen noch was looten, oder? Vielleicht gehen wir doch noch ein bisschen was looten. Die Waffe Leveln bringt nichts. Ich kann sie noch auf plus 5 machen. Ich werde da nicht 36 Damage machen, sondern 64 Damage machen. Ich habe keine Glut zum vernünftig Waffenleveln. Ich finde sie nicht. Was ist, wenn wir die Waffe auf Feuer machen? Oder auf Chaos. Und dann 99 Menschlichkeit. Der sollte doch keine Feuerresistenz haben, der Bray, oder? Du gehst schlafen? Ich bin gerade dabei beim Boss schlechten. Morgen 5 Uhr raus. 5 Uhr Schmümpfuhr, sage ich dann mal. Aber ja, gute Nacht. 5 Uhr Schmümpf. 5 Uhr Schmümpf. 5 Uhr Schmümpf. 5 Uhr Schmümpf. 6 Uhr Schmümpfe. Ich zeige euch, wie man ein göttliches Wesen hinrichtet. Das geht jetzt richtig ab. Was schätzt ihr, wie viel Damage mache ich gleich? Was glaubt ihr, wie viel werde ich gleich bei ihm machen? Nicht mehr 33, sondern, was glaubt ihr, 10? Das geht nicht ins Minus, so im Kopf. 69, Rookie Numbers. Mindestens 100, Rookie. Rookie Number. 55, Rookie. 43, Rookie. 135. Rookie Numbers. 500 Milliarden. Mindestens. Herr Ressman Ford hat's. Ist am nächsten an der Zahl. Arschloch. Ah, sorry. Da saß so leer dahinter. Ah, ich habe ihm nicht wehgetan. Ich habe ihn nur aufgeschreckt. Da ist halt so eine mächtige Waffe aus so einer mächtigen Hand hinter ihm auf den Boden geknallt. Das ist die Aura, die ihn aufgeschreckt hat. So, let's go. Jetzt beginnt die Schlachtung. Wird's jetzt machen. Hat er Glück gehabt. Sonst hätte ich ihn one-hitted. So. Was hattet ihr davon, ne? Jetzt muss ich nur noch gut spielen. Jetzt muss ich nur noch gut spielen, Chat. Wo stand noch mal, wo ging's noch mal zu Kalamed? Wie bin ich da noch mal hingekommen? Weiß das noch jemand? Zufällig? Maybe? Irgendjemand? Vielleicht? Nein? Schade. Kreiswerker links abbiegen. Nee, da war ich schon. Sie ist so mit jedem Tag tot ein Zap mehr. Junge, ich schreib da jetzt Tode hin. Das mach mich fertig. Seitdem das angemerkt wurde, mach mich das fertig. Ja, escucha. Ich suche dich. Ja. Ich suche dich. Was wurde angemerkt, ob das die Sub-Zahl unten ist. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht, aber ich dachte, jeder, der hier reinkommt und die Zahl sieht, ist direkt klar, es sind halt die Tode. Weil, wieso sollte da ein scheiß Counter, wieso sollte da irgendeine Zahl stehen? Und als das angemerkt wurde, habe ich festgestellt, fuck, voll viele Streamer haben ihre Sub-Zahl, so in der Ecke, in der Camp stehen. Und wahrscheinlich die meisten, die hier reinkommen, checken gar nicht, dass das die Tode sind. Okay, jetzt, let's go. Full Fokus. Ich nehme sogar das Gamepad auf meinen Schoß. Elbe auf den Platz. Okay. Ich nehme jetzt die Tode, aber ich mache das Beиз carrier. Ich nehme die Streit. Ich nehme die Tode, ich nehme die Tode, aber ich nehme- Ich nehme gleich mal eine Sache. Ich nehme die Tode, und ich nehme die Tode, das ist es zu. Ich nehme die Tode. Und ich nehme die Tode. Wenn mein Schwert ihn trifft, klingt das wie ein Autounfall, weil er einfach überfahren wird. Das war's für mich. Das war's für heute. Not bad, Oni. Not bad, Oni. Not bad, Oni. Yo, was? Er dashed jetzt weiter, oder? Er dashed immer noch. Ist immer noch in seinem Dash-State. Ja, der Cancel war insane, ne? Boah! Oh! Oh, Angst. Ich bin so schlecht. Was macht der da die ganze Zeit auf einmal? Wieso macht er jetzt so komische Dashes zwischendurch? Was macht der? Einfach zweite Phase. Opa! Vanomika, du Kumi-Ni-Aku-Ni-Ni-Mama-Kumi-Kaka Junge, die Dash ist... Ich hab das Gefühl, der ist irgendwie verpackt oder so. So! Und nicht anders! Funkelt die Tanit. Ha! Aber die Waffe war echt stark gegen den. Oder? Weil die hat bei jedem Sprintangriff ihn immer gestagert. Das war voll stark. Die war richtig gut. Ähm. Okay, Chat. Wo war Kalamed? Wo war Kalamedji? Da war ja Manus. Wollen wir Manus klatschen? Oder wir können... ...zu dem anderen Ornstein gehen. ...zu dem riesigen Ornstein. Der umzingelt ist von ganz, ganz, ganz vielen Skeletten. Der nekromantische Ornstein. Ja, der große Ornstein hat nochmal ein anderes Moveset. Und wie gesagt, da sind überall Skelette. Oh, ich sollte mir dafür 20 Estos machen sollen, ne? Wir machen mal kurz so. Und dann mache ich mir, glaube ich, gleich 20 Estos. Der Silberritter ist hier. Ratten, 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 Ratten. Bitte kein Gift, bitte kein Gift. Hilf, Jotux. Vielleicht nimmt dieser Ornstein um einiges mehr Damage. Aber ja, bei den Haufen von Skeletten und so, wäre, glaube ich, not bad, wenn ich 20 Estos... Hä? Okay, dann habe ich... Bin ich verwirrt. Fuck, wo war Ornstein, der große? Ich dachte, der war hier. Verdammt! Wo war Ornstein, der große? Sein Titel, ja? Wo war Ornstein, der große? Wo war Ornstein, der große, wenn wir ihn am meisten gebraucht haben? Wo war er? Wo war er? Die Brücke runter bei dem einem Raum. Die Brücke runter bei dem einem Raum. Ich glaube, du verarschst mich. Die Brücke runter bei dem einem Raum. Also nicht hoch zu den Gargoyles, sondern links. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. In Richtung. Einfach Guillotine. Von oben runter. Zack. Kopf ab. Ombag. Mortal Kombat. Voll Kontakt. Mach's doch. Und? Von uns schwere Rüstung. Das ist die Lederstulpe. Uh, die Lederstulpen waren richtig wichtig und gut. So, hier oben war, glaube ich, Manus. Und ich glaube, du meinst von hier unten rein, oder? Scheiße. Scheiße. Scheiße, Hilfe. Was macht ein Silberritter hier? Wo kommt der her? Lol. Was willst du von mir, Diakon? Jetzt tust du so, als hättest du Hunger oder so, aber damit willst du gar nicht essen. Ich kenne dich. Bunge, 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 Bunge. Wir müssen gleich schon aufhören. Wir müssen gleich schon aufhören. Ich muss gleich noch kochen. Ich habe morgen einen langen, langen Tag vor mir. Probe! Noch ein Video von Xena und Herklus? Ja, ich weiß nicht. Muss sie jetzt nicht sein. Dieser Typ, ne? Wir haben manchmal einen Buddyblock, manchmal aber nicht. Diesmal habe ich ihn erwischt. So, der Typ ist noch die Ratte, vielleicht. Der Typ fällt die Ratte auch noch runter. Scheiße, unter mir ist jemand. Okay. Ich verkürze den Tag morgen, indem du einfach verschlähst. Boah, stark. Guter Tipp. Merke ich mir. Ja, hier ist es. Die Hölle. Wieso habe ich mir keine 20 Estos geholt? Ich weiß es nicht. Ich bin halt nicht so der Intelligenteste. Boah. Boah, das Feuerschwert. Boah. Biako. Biako, du Ficker. Er macht seine Arschbombe. Du kleiner Wichser, du. Junge, er springt genau in dem Moment hier hoch und zeigt mir sein Arschloch. Was ist dein scheiß Problem? Nicht mit... Äh. Ich glaube, ich brauche dafür keine 20 Estos. Ich mache richtig guten Damage. Das war eine subtile Message. Was ist dein scheiß Problem? Ich liebe das Geräusch. Was macht die Ratte hier auf einmal? Aber was macht die Ratte hier auf einmal? Hä? Ich hab doch den... Hä? Wie lebt der Feuermagier noch? Hä? Ich hab ne 500er Schelle reingehauen. Wieso lebt der noch? Ich hab ne 500er Schelle reingehauen. Ich hab ne 500er Schelle reingehauen. Er spießt mich wieder auf. Junge, ich stehe da halt an der Wand mit dem Rücken. Er kickt mich unter den Boden. Die Nito Arena. Willkommen in der Nito Arena. Das ist die wundervolle Nito Arena mit den nicht existierenden Wänden. Danke für gar nix mehr, Saki. Das war auch so richtig schön geil im No-Death. Als Nito mich einfach unter den Boden gedrückt hat. Voll geil. Imagine, du machst ein No-Death, bist voll weit im Run und Nito drückt dich einfach durch die Wand. Wie hat der Feuermagier gerade überlebt? How? 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 How did you survive that? Aber natürlich, Bumi. Ich musste auch Bosse schlachten. So, wie hat der Typ das über... Okay, dann drehe ich mich halt um. Der überlebt ganz knapp, ne? Guck mal. Ich bin vergiftet! Ich habe eine bessere Rolle. Bist du am Gewinnen? Gerade beginnt das Gewinnen an, ja. Heute war ich sonst nur am Verlieren. Yo, Kitty! Ich wünsche dir einfach die geilste Woche, Mann. Hau rein, Digi. Okay, ich renne direkt weg. Scheißegal auf die Skelette. Ich triggere alle Skelette. Ist mir egal, ich renne rein. Hauptsache, ich bin weg da von der Ecke. Und kann ihn schlachten. So, grob Grab fürs Nito. Nein, Chat. Nein. Chat, nein. Ich akzeptiere das nicht. Ich bin weg. Loll. das ist die Waffe von Gwyn ja die andere Waffe hallo 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 Bonfire hallo Bonfire hallo hallo Bonfire hallo hallo ok ähm wie bin ich nochmal zu zu Bidi zu Baba wie bin ich nochmal zu Priscilla gekommen in ihrer Boss Arena ich war nicht Gamescom ne mitaurus mitaurus von der Brücke ab wann ist die Challenge Eigenkick geschafft 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 wenn die Credits kommen ne wenn ich äh wenn ich äh in dem letzten Raum in den ich nur rein kann wenn ich ein geiler Ficker bin reingehe dort den Boss schlachte und entweder das Feuer kindle oder verlasse ähm das schwärzt um einiges schlechter das andere war quasi eine Waffe plus obwohl es geht die ist jetzt plus zwei plus zwei plus zwei ist vielleicht verglichen auf der anderen Seite mit einer Waffe von plus plus sechs vielleicht ja ok doch schon ja die andere Waffe war halt plus dreizehn die ist so gesehen quasi plus sechs und das Scaling war bei der anderen auch besser ne ne ein wir haben schon guten Damage die Waffe ist trotzdem gut kann der sich jetzt unsichtbar machen Chat ok bei Mausi mach ich leider nicht so viel Damage damit wie er hofft oh mein Gott bitte oh mein Gott bitte bleib doch stehen Chat was ist das für ein dummer Huch uns ich kann ihn nicht mal schlagen der muss weg Untertitelung des ZDF, 2020 Machen wir mal ein paar Estus mehr hier. Von welchen Brocken habe ich am meisten eigentlich? Blauer, Weißer. Das wird alles am Ende, Chat, auf die Drachen-Waffe hinauslaufen. Im Sense Fortress kann ich ein Drachen-Großschwert kaufen. Alles wird darauf hinauslaufen. Ich werde den Endboss mit diesem Drachenschwert machen. Alle Drachensteine sammeln und dann den Boss damit. Den Endboss damit wegklatschen. Und kurz davor bekommst du einen Drachen. Nee, ich werde schon alles so clearen und so perfekt machen, dass ich dann nur zum Boss... Zwischen Boss keine Items gibt, gar nichts. Ich muss einfach nur zum Boss. Digga, ich bin reingekommen. Oh mein Goooooooood. Ja, das ist Priscilla's Tierform. Die zeigt sie nicht allen, nur die, die sie besonders mag. Und sie mag euch besonders gern, Chat. Deshalb zeigt sie ihr jetzt hier vor. Ich zeige jetzt meine Wolfsform. Oh, oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich treffe den nicht, Chat. Er ist unsterblich. Das ist kein Mausolemswächter. Das ist ein Gottwesen. Oh, okay. Was soll ich machen? Oh mein Gott, hier kann man runterfallen. Oh mein Gott, hier kann man runterfallen. Oh mein Gott. Er hat mich halt in seinen scheiß Tentakel-Fag fangen. Ich kam da nicht mehr raus. Und ich spamm da alle rein. Der eine spuckt Feuer, der andere springt mit seinem Kopf rein. Er spritzt auf einmal sein komisches Tentakel-Sekret. und ich bin einfach gefahren. Ich habe heute viel zu wenig getrunken, Chad. Ich hoffe, ihr habt mehr getrunken als ich heute. Ja, ist eine geile Scheiße. Ey, das ist einfach ein Boss, bei dem darfst du nicht eine mittlere Rolle oder eine fette Rolle haben. Das ist einfach ein Boss, bei dem ist einfach Pflicht, dass du eine fast Rolle hast. Du kannst deine Kombo nicht outdodgen. Dafür ist die Rolle zu langsam. Äh, ob der runterfallen kann? Weiß nicht, musst du Draghi fragen. Ich habe heute einen Kaffee getrunken. Ja, dann trink mehr. Also nicht Kaffee, Wasser. Ganz viel Wasser in deinen Körper rein. Körper raus, Körper rein. Will er aber nicht. Guck mal, wenn du nicht trinkst, Wenn du nicht trinkst, dann stirbst du. Wenn du stirbst, kannst du nicht mehr es haben. Wenn du nicht mehr es haben kannst, kann ich nicht mehr essen, dann sterbe ich. So, wenn du stirbst, sterbe ich. Ist das eine verrückte Wesen? Ich kann auch nicht einfach reinhämmern, mit der Hoffnung, dass mein Angriff durchgeht und dann heile ich mich einfach voll. Ich würde auch gerne seinen Tail cutten, ne? Seinen dummen Scheißschwanz. Aber die... Es gibt so wenig Platz hier. Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm Ich bin vergiftet, weil ich seinen Schwanz wollte Rein da Einfach rein Einfach rein Einfach rein! Wenn ich einen Run machen würde, wo ich nicht alles gerandomist habe und nicht gezwungen bin, das zu tragen, was ich finde, und mein Ziel ist es einfach nur mit einer Fat-Roll durchzuspielen, dann würde ich einfach Habels Rüstung holen, Habels Schild holen und einfach das Schild hochhalten. Dann muss ich nicht mehr dodgen, dann halt ich einfach nur das Gerät hoch. Aber ja, das kann ich hier leider nicht machen. Ich hab grad nicht mein Schild zur Hand. Okay, ich mach ihm gleich diesen Move hier, Chat. Und damit hacke ich seinen Schwanz ab. Oder ich spalte damit seinen Kopf. Boah, Kopfspaltung. Jetzt geh einmal wangen, Dicker. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich komm hier nicht mal raus! Das ist ein Schild. Hey, Madder! Ah! Jao, Kageyama. Gute Nacht. 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 Schade. Ach, Scheiße. Ich bin noch da. Ich war da. Den zu treffen, ey. Ja, es ist halt natürlich nicht so gewollt. Aber in seiner eigentlichen Arena steht er halt voll weit weg. Und wenn du da reingehst, dann hast du recht viel Abstand und hast genug Zeit zum Dodgen. Aber ja, in so kleinen Arena ist er halt natürlich nicht drauf programmiert. Und wenn du dann da reingehst, macht er halt das, was er immer macht. Und greift direkt an, aber du stehst halt sehr nah dran. Und dann ist das manchmal schon ziemlich garbage. Gute Nacht. 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 Was ist das? Nein, er rennt. Ja, was soll ich machen? Der ist echt, wenn du keine Fast Roll hast, ist er echt schwer. Dann ist er echt schwer. Ich versuche halt, die ganze Zeit ihn outzurannen und dann halt nur Sprintangriffe zu machen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich keine Ahnung, wo der ist. Ich versuche den ganzen Zeit outzurannen und dann halt zu punishen mit einem Sprintangriff. Aber oft läuft das halt darauf hinaus, dass ich halt keine Ausdauer mehr habe. Oder er manchmal halt zwei Kombos hintereinander macht und dann habe ich keine Ausdauer. Und dann trifft er mich und dann bin ich halt in diesem Cycle drin. In diesem Cycle, ich versuche zu heilen und muss weglaufen. Ich komme aber nicht dazu zu heilen, er trifft mich. Bestimmt, beim Schmied. True. True. Probier mal einen Käse. Wie steht jetzt so Käse? Wenn er halt so käsig spielt und immer los rennt, obwohl ich noch in der Animation bin beim Betreten des Raumes und mich dann einfach in die Ecke drängt und ich dann nicht mal dodgen oder durch ihn durch oder sonst was kann. Das ist ja schon ein maximaler Käse, den er gerade bei mir macht. Also was haltet ihr, wenn ich auch Käse mache? Holen jetzt so ein Stück geilen Gau da rein? Geil langgereiften Käse? Müsst du nur einmal raus? Müsst du nur einmal raus? Müsst du nur einmal raus? Acht! Ah! P�� P a P t P Das war's für heute. Scheiße, kommt hier doch rein. So, Cheddar Cheese, Motherfucker. Wundersonnenlichtschwert. Käse kann ich auch. Meine Spezialität. So, okay. Kommst du? Aber man kann hier nicht teleportieren, lol. So, dann Manus. Das ist dumm. Was mach ich da? Dann machen wir doch schnell Manus, ne? Und dann habe ich alle Bosse gemacht. Wenn ich Manus jetzt noch schaffe, wenn er nicht schwer ist und ich ihn schaffe, dann habe ich alle Bosse, die ich momentan weiß, wo die sind, gemacht. Aber das wird jetzt auch schwer. Aber mit 20 Estus. Ich habe eine sehr große Arena, wo ich weglaufen kann. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht klappt das ja. Aber bei einem Randomizer muss man halt alles mitnehmen, ne? Vor allem bei einem Auto Equip Randomizer. Und geplanter Käse nennt man doch Schimmel. Okay, dann habe ich ihn wohl mit Schimmel gemacht. Ich habe den ersten Manus in diesem Run mit Schimmel gemacht. Schwarzer Drache Kalamit. Schwarzer Drache Manus. Da hinten eigentlich ne Kiste. Drei Hundert ist nicht viel. Aber auch nicht wenig. Davor die Chance. Schade. Ich wollte mal versuchen, die Webinar zu machen. Patsche Hand. Patsche Hand baiten und einfach nur die Hand kaputt machen. Patsche Hand. 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 Peat. Patsche Hand. Patsche Hand. Leicht hier. Chat wollte hier rein raiden, die haben mich jetzt nicht getraut. Guter Chat, guter Chat. Ich trau mich aber auch nie zu raiden. Raide voll selten. Ich trau mich nie. Ey, bitte. Ein Dankeschöns-Mally von 242 Monaten. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Er macht den. Er macht den. Boah. Katastrophe. 10 Estus noch. Er macht jetzt nur seinen Magie-Scheiß. Run lief heute sehr, sehr schlecht. Aber ich bin gerade sehr hart am Recovern. Heute nur Scheiße passiert eigentlich. Und jetzt so die letzte Stunde. hole ich einiges wieder auf. Ich bin ein Großteil des Streams heute mit einem Ring rumgelaufen, der bei mir doppelten Schaden verursacht und konnte nicht wegbekommen. Und dann habe ich die ganze Zeit noch Waffen bekommen, die ich nicht benutzen kann. Eieieiei. Chat, wie dodgt man das? Wie dodgt man? Kann man das überhaupt dodgen? Es ist undodgebar. Muss ich dafür diesen Talisman haben? Scheiße. Er macht seine Kombo. Ich bin voll drin. Ja, tot. Oh, ich lebe noch. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Ich habe so lange durchgehalten. Ich habe so lange durchgehalten. Ich habe so lange durchgehalten. Ich muss irgendwie seine komischen Scheißkugeln dodgen. Aber ich check das Timing nicht. Es gibt ja so extra so ein Item Feen, dass man glaube ich diesen Kugelangriff irgendwie abbrechen kann oder so. Er warnt schottet dich nicht. Nee, zum Glück nicht. Ich habe seit gestern ja jetzt einige Level in Vitalität reingeballert. Ach, reflektieren sogar. Okay. Einige Level in Leben und ich habe nicht mehr den Ring, dass ich doppelten Schaden bekomme. Aber ja, erste Phase ist voll solide, aber zweite ist echt schwierig. Kann man nicht ausweichen? Ist das echt so? Ist das unbloodable? Muss ich blocken oder was? Wie machen das denn Leute, die No-Hit-Runs machen? Holen die sich dann immer extra dieses scheiß Amulett? Okay, er macht Kombo. Er macht Kombo auf einmal. Ja, erster Try immer der Beste, ne? Danach geht es immer bergab. Das heißt, das Beste, was ich da machen kann, ist in meinem Falle jetzt einfach Block hochhalten. I guess. Und damit ein bisschen Damage reduzieren. Bei No-Hit kannst du den schon von oben sehen und mit Bogen machen? Ich wusste gar nicht, dass man den schon von oben sehen kann. Ich glaube, das könnte man auf einen Falle jertig machen. Und damit ein ein paar Sachen kommen. Du bist so! Auch das kann ich nicht sein. Du bist so! Ja, das war ich! Ich glaube, das war nicht so! Du bist so! Ich glaube, das war nicht so! Du bist so! Ich versuch. Du bist so! Die schimmeligen Finger, Alter. Die schimmeligen Finger, Alter. Die Mädchen mit Fettrollen. Zu gierig. Oh mein Gott. Wieso habe ich so lange so ein Revier? Das war irgendwie so counter damage gerade. Wie bei Sekiro, wenn du im Dodge getroffen wirst. Bei Bloodborne ist das irgendwie auch richtig schlimm. Dieser komische Dodge-Counter-Damage. Okay, jetzt. Let's go. Das ist er jetzt. No excuses. Das ist er. Das ist er. Das ist ein geiler Song, ne? Gierig. Jetzt waren wir da hinten, was Priscilla ist. Töten? Gewinnen? Er macht das zweimal hintereinander. Er macht das zweimal hintereinander. Ja, lol. Es ist nicht illegal. Gibt es da nicht irgendwie ein Gesetz dagegen? Ja. 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 Diesen Move mag er diesmal, ne? Ich habe mich vorhin damit fast one-hitted und jetzt spammt er den. den Kopf weg. Ja. Was? 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 Scheiße. Verlischt. Ich werde er geht irgendwas suchen. Was? Er macht den Kuluyaku, er gräbt jetzt ein Ei aus. Hä? Man kann das nicht dodgen. Einfach zwischen den Kugeln laufen. So simpel. Der macht den Stock wieder. Der macht wieder so random Kombos, mit denen ich nicht... ...auf die ich nicht vorbereitet bin. Oh mein Gott! Oh, Zauberflug! Pipidi Puppidi Puppidi! Pipidi Puppidi! Pipidi Puppidi! 10 Estus. Ja, das ist so einen super coolen Zauberstab, du kannst coole zaubern. Aber wie wärst du, wenn du kämpfst, wie ne... Ich geh doch... Mann! Oh, das ist der Scheiße. Oh, das ist der Scheiße. Oh, das ist der Scheiße. Ich bin in der Scheiße. Oh, ich hab nen Dodge gestalkt. Obwohl ich lag. Einmal bin ich im Vorgang. Oh, das ist der Scheiße. Oh, das ist ein sauerlicher Gegenteil. Aber es ist der Scheiße. Oh, das 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 ist der Scheiße. Kugeln, man. Die sind echt schwer zu dodgen, weil du musst dich halt super schnell nach ihm orientieren, umdrehen und dann noch schnell die Lücke suchen. Das ist echt schwer. Hätte ich wenigstens ein geiles Schild. Wobei, mit einem geilen Schild hätte ich wahrscheinlich auch eine beschissene Rolle gehabt. Okay, jetzt aber. Das ist er. Guter Anfang. Streamer. Perfekter Einfang. Der Streamer. Der Streamer. Der Streamer. Junge, das ist ja komplett cursed. Ja, was macht er da? Cool. Hat er gerade... Hat er mich gerade... Hat er mich gerade geteabagt? Der hat mich gerade geteabagt. Holy shit. Ich wurde von Manus geteabagt. Okay, ich mache wieder Gamepad auf Schoß. Gamer-Modus. Wenn er ernst macht, dann mache ich jetzt auch ernst. Ich arbeite. Ich arbeite. diese keulen muss die macht also selten können absolut nicht drauf vorbereitet so selten wie er die macht ich will wissen wie viel dieser angriff der mit schmacht ich will ihn treffen aber ich klingst einfach nicht Boah, ich krieg's nicht mehr hin Ich krieg nichts mehr gedocht bei ihm Crazy Das war jetzt aber frech Der T-Back hat mich gebrochen, ja Ich krieg's nicht mehr Er ist schon cool Er ist schon cool Er ist schon cool Ich wünschte, ich wär auch so cool Er ist schon cool Ich lieg einfach Der Thorn ist einfach Ich bin da, ich bin da, ich bin da Was? Nein. Was geht ab, Domza? Ja, wir machen den noch und dann bin ich offline. Was? Ja. 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 Schade. Ja. 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 Oh mein Gott, der war wichtig. Ja. 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 Damit kann ich nichts anfangen. Einer noch. Das ist er. Das ist er, Chad. Finally. Junge. Ja, meine erste Schwarzritter-Großschwert. Meine erste, nee, meine zweite Schwarzritter-Waffe. Sogar eine nette Belohnung. Ich meine, ich hatte schon ein gutes Schwert gehabt, aber das ist besser. Seelenspieler. T-Bagging zurück. Oh, Mann. Aber was haben wir denn überhaupt noch für Bosse? Also Bossräume. Wir haben noch natürlich Gewinns-Arena. Wir haben noch Ziegen-Dämon-Arena. Thieves-Arena haben wir noch. Wir können auch nicht einfach hundertprozentig positiv enden, ne? Es kann nicht einfach hundertprozentig positiv enden. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht mit einem komplett positiven Ende abschließen. Ja, natürlich gibt es schlimmere Waffen, aber Schwarzritter-Schwert war richtig geil. Damit hätten wir auf jeden Fall gut was machen können. Ich meine, damit kann ich trotzdem immer noch normale Gegner töten. Aber ja, ist halt plus null, ne? Ja, wir haben noch Ziegen-Dämon-Arena, Klaff-Drachen-Arena haben wir noch. Wir haben noch Gwins-Arena. Wir haben noch Onsen- und Smaus-Arena. Manus-Arena haben wir noch. Ich glaube wirklich nur noch fünf Bosse. Stimmt, vor Kings-Arena. Sechs. Sechs. Sechs Bosse-Räume fehlen uns noch. Mal gucken, ob wir überhaupt alle machen müssen. Ob ich überhaupt überall lande. Wäre schon cool, wenn nicht alle, aber ja. Keine Ahnung, ob ich alle finde, ne? Verkauft ihr zufällig kleine Steinchen? Verkaufst du zufällig kleine Steinchen für mich? Nope. Weiß nicht mehr, wer die günstigsten Steinchen hatte. Ich gebe uns das Level. Eine Fürstensäle habe ich heute gefunden, ja. Firelink unter der Brücke hatte groß. Ja, ich brauche kleine. Ja, wir haben heute trotzdem einiges geschafft. Auch wenn ich natürlich sehr, heute extrem gestruggelt bin. Sehr stark gestruggelt bin, ne? Weil eine sehr lange Flaute ohne gute Items, eine sehr lange Flaute mit durch den Scheiß doppelten Schadenring. Sehr lange gestruggelt, sehr viel gestorben. War auf jeden Fall bisher der Stream, wo ich am meisten gestorben bin, ne? Ich meine, das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich das spiele. Und alleine heute hatten wir irgendwie fast 100 Tode gehabt. Ja, der Uchi Katana hat auf jeden Fall einiges nices Zeug gehabt. Aber ja, das müssen wir dann später machen. Äh, nochmal ganz wichtig. Wie kam ich nach Anolondo? Hat sich das irgendjemand gemerkt? Wie kam ich nach Anolondo? War das nach Quelag? Nee, ne? Wie kam ich nach Anolondo? Wie bin ich nach Anolondo gekommen? Das Quelag bekämpft, nachdem du... Ja, ja, genau. Ich hab ja... In Anolondo hab ich eine Waffe gefunden. Mit der ich dann losgezogen bin, Bosse zu schlachten. In den Archiven? In den Archiven? Den Fahrstuhl hoch, bei diesem Kristall-NPC. Da die Nebelwand. Das muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Das muss ich auf jeden Fall aufschreiben. Das ist das beste Souls-Game für mich. So, lass mal kurz aufschreiben. Ähm... Und zwar... Ähm... Dukes Archives... Ähm... zu... ...Ziefs Büro, Alter. Führt nach... Anolondo. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das, was Draghi sagt. Ja. Nice, nice. Kann sein, dass der nächste Stream der letzte sein wird, Chad. Es ist richtig wichtig. im SZ-ALEIGN-Ages�니다et hat.